Wie seid ihr zueinander gefunden? Hast du ihn gefunden? Hat er dich gefragt? Es ist eine lustige Geschichte. Ich habe ihm eine SMS geschrieben, habe gesagt, wir müssen reden. Ich glaube, wir haben... Kannst du dich vorher? Nee. So, eine neue Folge Junge Naiv, wir sind im Ocelot. Wer bist du? Saskia Esken. Was machst du so? Ich bin im Bundestag. Außerdem kandidiere ich gerade im Moment für den Parteivorsitz der SPD. Wie kommt mir noch so eine verrückte Idee? Verrückt. Die SPD ist in der Lage, dass sie einfach coole Leute an der Spitze brauchen. Ich glaube, ich gehöre dazu. Warum bist du denn eine coole Sache? Ich mache Digitalisierung im Bundestag. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass da Kompetenz reinkommt in das Thema Kompetenz und Sozialdemokratie. Seit wann bist du schon in der SPD? In der SPD seit 30 Jahren. Wow. Wie kommt man auf die Idee, in die SPD einzutreten? Meine Eltern waren Sozialdemokraten. Das war eigentlich ganz einfach. Aber andererseits bin ich trotzdem erst mit fast 30 Jahren getreten. Jetzt kannst du ausrechnen, wie fast alt ich bin. Und es hat eine Weile gedauert, dass ich mich auch tatsächlich dem annähern konnte. Man möchte ja nicht da sein, wo die Eltern sind. Wo kommst du denn her? Aus Schwaben. Das kann man hören. Aus dem Schwarzwald. Wie wächst man da auf? Wie wird man da politisiert? Also jedenfalls nicht, wenn man zu den Gewinnern gehören will, jedenfalls nicht in der Sozialdemokratie. Weil die befindet sich da echt in der Diaspora, muss man so sagen. Wir warten mal ganz kurz. In Berlin ist was los. Nicht so sehr wie bei euch wahrscheinlich. Kommst du da vom Land oder erst mal aus Stuttgart? Nee, vom Land. Warum, wenn man zu den Gewinnern gehört, geht man zur CDU oder zu den Grünen? Zur CDU. Aber die sind ja auch niemand, die Stärksten dort, oder? Ja, also mein Mitbewerber im Wahlkreis, der ist bei der letzten Wahl von 58,5 Prozent der Erststimmen auf 43 Prozent der Erststimmen abgestürzt. Ist aber immer noch ziemlich komfortabel. Wie wippst du dich auch um die Erststimmen dort? Ist schwierig. Aber manche kommen da. Gibt immer noch so Verrückte. Aber warum bist du denn damals in die SPD eingetreten? Hättest du denn auch in die Gewinnerpartei eintreten können? Gewinnerpartei ist nicht mein Ding. Ich bin da, wo die Haltungen richtig sind. Und meine Eltern haben mir beigebracht, dass man solidarisch ist mit denen, denen es schlecht geht. Dass man sich gegen Strukturen wehrt, die ungerecht sind. Dass man für Freiheit eintritt, aber auch für Bürgerrechte. Wenn man auch zur FDP oder zu den Linken gehen kann, oder? Gerechte Struktur. Linke? Linke gab es doch damals noch gar nicht mehr. Stellt jemanden wechseln können. Warum? Wegen der Agenda 2010 oder so. Nee, nee, nee. Wie hat Kevin Kühnert so schön gesagt, aus der SPD tritt man nicht aus, da stirbt man raus. Erzähl mal jetzt, bist du aufgewachsen, bist zur Schule gegangen, hast du Schülervertretung gemacht und so? Ja, na klar. Schülervertretung war mit dabei und später dann Elternvertretung. Das ist so der klassische Werdegang, Kommunalpolitik habe ich gemacht und mache ich immer noch, bin immer noch Kreisrätin. So kommt man da. Ja, warst du schon als Schülerin aktiv? Sehr sogar, das ist eine witzige Geschichte. Ich bin groß geworden in einem Jugendhaus in meiner Nachbarschaft, im Nachbarort, wo ich ja auch auf der Schule war und da habe ich gemeinsam Politik gemacht mit Bernd Rixinger. Der kommt nämlich auch von da. Der ist jetzt noch linker Vorsitzender. Stimmt. Was habt ihr so bewältigt, dort? Damals? Ja. Naja, damals haben wir Jugendarbeit gemacht, politische Bildung für Jugendliche, aber auch Freizeitprogramme und solche Dinge. Jugendhaus eben, Jugendarbeit. Was heißt denn mal konkret politische Jugendarbeit? Politische Jugendbildung. Also einfach, dass Jugendliche sich mit Politik beschäftigen, sich damit auseinandersetzen, wie ist unsere Welt strukturiert und wo kann ich eingreifen, wo kann ich selbst tätig werden. Das war uns wichtig. Möchtest du denen immer noch das erzählen, was du denen heute erzählen müsstest? Ja, ich glaube schon. Hat sich die Welt nicht so im Großen und Ganzen verändert? Also die Möglichkeiten, sich einzubringen, haben sich schon verändert, klar, aber immer noch ist es, glaube ich, sinnvoll, das in Parteien zu machen. Deswegen bin ich in der SPD und bin nicht draußen geblieben, wie damals war ich noch nicht SPD-Mitglied. Wie bist du denn, oder was hast du denn gedacht, was du nach dem Abi machst? Was war dein Lebensplan? Was hat Saskia sich damals gedacht? Bis kurz vorm Abitur wollte ich in den sozialen Beruf gehen. Und dann bin ich dahinter gekommen, dass ich, glaube ich, nicht die professionelle Distanz aufbringen würde, um diesen Beruf auch im Rahmen meiner eigenen Gesundheit gut auszuüben. Leider kam dann keine andere Idee zunächst mal. Und deswegen habe ich eine ganze Menge Sachen gemacht. Ich habe in Kneipen gearbeitet, ich bin gefahren, professionell. Also ich habe einen Universitätsprofessor eineinhalb Jahre lang chauffiert. Ich habe Postpakete ein Jahr lang ausgefahren, solche Jobs. Und ich habe als Schreibkraft gearbeitet in einem der ersten Textverarbeitungssysteme, die auch Formeln schreiben konnten an der Uni, so eine HTML-Sprache. Und ich wollte wissen, wie es funktioniert. Und deswegen habe ich mich in der Informatik ausgebildet und habe dann Software entwickelt. Das war dann mein Beruf zuletzt. Wow. Ja. Was hast du genau gemacht? Wir haben damals, ich habe bei der IBM gearbeitet und dann anschließend noch bei einem kleineren Softwareunternehmen. Und wir haben Software entwickelt für alle möglichen Kunden, aber auch für den internen Vertrieb. Also eine Software, die Menschen miteinander vernetzt und deren Arbeit gut organisiert. Das war damals der Job. Wir waren ziemlich modern drauf mit C++ und Objektorientierung. Das war schon mal eine ganz gute Sache. Und dann habe ich drei Kinder bekommen. Und das ist in der Branche vor 20 Jahren, vor 25 Jahren noch nicht kompatibel gewesen. Also Homeoffice ist doch gerade bei so Programmieren und IT gar nicht so schwer, oder? Wenn du Kinderbetreuung für vier Stunden pro Tag hast, dann ist nicht viel mit Homeoffice. Und Teilzeitarbeit war, wie gesagt, in der Branche nicht übermäßig verbreitet. Und mehr als vier Stunden gab es damals nicht. Ebenfalls nicht auf dem Land. Hier in Berlin war das anders, klar. Deswegen habe ich dann die Berufstätigkeit aufgegeben zugunsten dieser drei. Du bist ja erst seit 2013 im Bundestag. Wie lange hast du denn da gearbeitet in der Branche? In der Branche war ich unterwegs vier, fünf Jahre. Wann zuletzt? Als es noch kein Internet für alle gab. In den 90ern? Ja. Ich meine, du weißt immerhin Bescheid. Seehofer war ja schon in den 80ern im Internet, haben wir gehört. Das hat mich ein bisschen schockiert, weil ich war nicht drin, aber er war drin. Geheime Zugänge. Ja, wahrscheinlich. Das haben die in Bayern, aber in den Schwaben habt ihr es nicht. Ja, eben. Es gab schon Internet, aber eben nicht für alle. Eben? Ja, eben. So. Jetzt bist du Mama geworden. Genau. Von drei großartigen, mittlerweile erwachsenen, jungen Menschen. Und hast du dich dann politisch so weitergebildet, dass du gesagt hast, ich kann irgendwann auch mal in den Bundestag? Oder wie war da die Planung? Ja, ich hatte nicht so richtig einen Plan, sondern ich bin 2008 angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte, für den Bundestag zu kandidieren. Du bist einfach so angesprochen? Oder hast du irgendwie schon Qualifikationen mitgebracht? Gibt es ja irgendwelche Gründe, warum dich Leute ansprechen? Na klar. Ich habe, nachdem die Kinder so ein bisschen aus dem Gröbsten raus waren, wieder Kommunalpolitik gemacht. Ich habe ehrenamtlich in der SPD wieder viele Dinge organisiert. Ich habe versucht, der SPD bei mir im Kreis ein Gesicht zu geben, auf Landesebene ein bisschen was. Und da hat man einfach das Gefühl gehabt, da ist was, da brennt irgendwo so ein Feuer, da können wir was draus machen. Das war ja gerade die Zeit, wo die SPD wieder in der GroKo war. Oder die erste GroKo mit Merkel. Warst du da so begeistert fand? Nee. Die GroKo, da kann man gar nicht von begeistert sein. Das ist immer eine Notlösung, eher ein Unfall, als dass es der Normalfall sein soll. Und deswegen sind wir ja auch jetzt in so einer Lage, glaube ich, unter anderem. Oder wenn so. Und jetzt ist aber echt was los, ja? Ja. Ich glaube, bei der CDU brennt wieder der Baum. Nee, aber wenn die letzten vier Koalitionen GroKos waren, dann ist das ja eben nicht mehr eine Notlösung, sondern die Normalität geworden, oder? Das ist ja genau das Problem. Wir haben Erinnerungen an andere Zeiten, aber gerade junge Menschen, die jetzt anfangen zu wählen, die haben überhaupt gar keine andere Vorstellung von, also Kanzlerin Merkel, das ist für die der Normalfall. Und die SPD als Juniorpartner der CDU, das ist für die der Normalfall. Und deswegen fragen die ganz klar, wer seid ihr eigentlich außer Juniorpartner der CDU? Steht ihr für irgendwas Eigenes? Und das ist wirklich erschreckend. Auch die Zustimmungswerte bei den jungen Leuten sind erschreckend. Die haben damit zu tun, bei Älteren hat es auch damit zu tun, was wir selbst in den letzten Jahren in der eigenen Regierungszeit so an Irrungen und Wirrungen der neoliberalen Art begangen haben. Ja, erzähl mal. Was stört dich da? Mich stört an Hartz IV, dass es denjenigen, die wirklich drinnen stecken in dem System, die Würde nimmt. Und mich stört daran, dass es vielen anderen Angst macht. Jeder, der sich da am Rande bewegt oder der weiß, er könnte möglicherweise den Arbeitsplatz verlieren und weiß, dass es nicht so schnell geht, einen neuen zu finden, muss Angst haben, dass er reinrutscht in dieses System. Und das ist einfach in vielen Bestandteilen entwürdigend. Da müssen wir was dran ändern. Der Sozialstaat muss sich kümmern und nicht die Menschen unter Druck setzen und diese Drangsal ausüben. Ist das nicht der Sinn dahinter, dass die Leute Angst haben und dass ihnen Druck gemacht wird, damit sie einen neuen Job finden, damit sie nicht zu Hause rumsitzen, damit sie Teil unserer Leistungsgesellschaft sein können? Angst und Druck sind keine guten Ratgeber, keine guten Motivatoren, das wissen wir doch. Man muss den Leuten Anreize geben und Lust machen darauf, ihr Leben wieder selbstständig in die Hand zu nehmen. Befähigen auch. Was würde das aktuell für den heutigen Sozialstaat bedeuten? Was würdest du ändern? Ich würde auf jeden Fall die Sanktionen abschaffen und ich würde eine Kindergrundsicherung einführen und ich würde dafür sorgen, dass der Regelsatz auch höher ist, weil der ein menschenwürdiges Leben nicht ermöglicht. Das heißt, jetzt aktuell ist, glaube ich, Hartz IV so um die 400 Euro. Was würde es bei dir sein, wenn du SPD-Vorsitzende werden würdest und ihr das mit beschließen könntet? Da würde ich mich jetzt, glaube ich, nicht aus dem Fenster lehnen, den Betrag zu nennen, aber das muss wesentlich höher sein. Gibt es andere Aspekte an der Agenda 2010, die du ändern würdest? Ich glaube, dass wir vor allem auch eine riesige Steuersenkung für Reiche beschlossen haben, die wir wirklich machen müssen. Das hat eine Schieflage wirklich auch in die Gesellschaft gebracht. Die Einkommen und die Vermögen laufen ja wahnsinnig auseinander in Deutschland. Nicht so sehr unten, sondern hauptsächlich oben. Oben läuft es auseinander, weil leistungslos auch Einkommen vererbt werden. Und das ist auch für den Zusammenhalt in der Gesellschaft nicht gut. Das wissen übrigens auch die Reichen, dass es nicht gut ist. Meinst du? Ja. Aber dann würden sie doch auch, ich meine, die sind ja auch politisch aktiv, dann würden sie das den Parteien noch sagen, dass sie mehr zahlen wollen. Also zumindest Novabo, mein Partner, über den wir sicher auch noch sprechen, wird vielfach angesprochen von Leuten, die früher in seiner Zeit als Wirtschaftsstaatssekretär zum Beispiel mit ihm zu tun hatten. Und die deutlich sagen, dass diese Schieflage nicht gut für das Land und nicht gut auch für sie ist. Ich bin selber eingeschrieben worden, auch von Unternehmern bei mir aus dem Wahlkreis, die sagen, mir hat die Sozialdemokratie den Aufstieg ermöglicht, Aufstieg durch Bildung. Damals in den 70er Jahren war das noch ein Versprechen, das auch funktioniert hat. Und ich gebe gern zurück, ich zahle gern Steuern und mache weiter so. Und das sind CDU-Mitglieder. Das heißt, du warst jetzt damals noch nicht im Bundestag, aber du hättest ja dagegen gestimmt gegen diese ganzen Reformpläne und so. Ich hätte dagegen gestimmt. Was hast du denn, seitdem du im Bundestag bist, dafür gemacht? Na, seitdem ich im Bundestag bin, sind wir wieder in der Großen Koalition. Das ist dann nicht einfach, was dagegen zu machen. Ich versuche deutlich zu machen, dass die Große Koalition diesen Zustand nicht beenden kann. Wir haben den Mindestlohn überhaupt erst eingeführt. Das war ein wichtiger Bestandteil, der gefehlt hat an dieser Reform. Weil wenn man sagt, jeder muss jede Arbeit annehmen, dann darf die Arbeit nicht zu Dumpinglöhnen existieren. Dieser Niedriglohnsektor ist ja gerade erst dadurch entstanden. Diese Haltelinie, auch die Entgeltgleichheit bei Leiharbeit und Stammbelegschaft, das wären Sachen gewesen, die hätte man von Anfang an auch machen müssen, um die Leute auch zu schützen. Das waren ganz klar Fehler. Und da haben wir jetzt Minischritte machen können in der Großen Koalition, aber richtig ist es nicht. Leiharbeit hast du gerade angesprochen. Wurde ja auch quasi groß gemacht, gefördert und so weiter. Was hältst du davon? Ich bin der Auffassung, dass man Leiharbeit schon brauchen kann. Zum Beispiel in Krankenhäusern gibt es eine Menge auch Leihärzte mittlerweile. Die verdienen aber besser als ihre festangestellten Kollegen. Und eigentlich ist es auch richtig so, weil die mehr Stress haben. Die müssen sich in neue Strukturen, neue Teams einarbeiten, regelmäßig. Die wechseln alle halben Jahre oder so. Und da musst du ja und hast vielleicht auch mal einen Monat keinen verdienen. Also musst du mehr verdienen, ist doch klar. In der Metallbranche ist es aber leider so, dass die Leiharbeiter etwa die Hälfte von dem verdienen, was die Stammbearbeiter verdienen. Das ist echt nicht okay. Das ist echt nicht okay. Und dann haben sie noch zwei verschiedene T-Shirts an, womöglich. Ist mir so vorgeführt worden in Betrieben. Was willst du da dann machen? Die Entgeltgleichheit muss vom ersten Tag an gelten. Und es müssen auch gleiche Rechte vom ersten Tag an gelten. Dann kann der Arbeitgeber die sich auch gleich einstellen, oder? Nee, der hat ja mehr Flexibilität dadurch, dass er die Leute entleiht und dann Auftragsspitzen damit abarbeiten kann. Und dann, ja, also da ist einfach das Kündigungsrecht ein anderes. Also der Auftrag kann halt beendet werden. Aber trotzdem müssen auch die Gewerkschaften, die Betriebsräte dafür sorgen, dass das Instrument eben nicht missbraucht wird. Die Entgeltgleichheit würde natürlich helfen. Aber weil es eben nicht nur dazu verwendet wird, Auftragsspitzen abzuarbeiten, sondern eben auch billige Arbeitskräfte zu haben. Und das müssen wir ändern. Zurück nochmal zu Hartz IV. Da gab es doch, ich meine, die Grundsicherung ist das eine. Man fällt ja nach einem Jahr schon Arbeitslosen, Arbeitslosigkeiten in Hartz IV. Würdest du das beibehalten wollen? Nee, das müsste man unbedingt ändern. Das muss auch wieder davon abhängig sein, wie lange ich schon gearbeitet habe und einbezahlt habe. Das ist immer eine Versicherungsleistung, die man da hat. Also das ist ALK 1. Und ich finde einfach, das muss auch dem entsprechen, wie lange ich schon einbezahlt habe. Das heißt, wenn einer, keine Ahnung, mit Ende 40, nach 30 Jahren Arbeitslos wird? Dann sollte er wesentlich länger in ALK 1 sein. Dann sollte er zumindest eineinhalb oder zwei Jahre muss das sein. Und es muss eben aber auch vor allem dafür gesorgt werden, dass jemand zurück im Beruf kommt. Arbeitslos zu werden in dem Alter ist ein wahnsinniges Problem. Da bleibst du im Normalfall arbeitslos. Und zwar deshalb, weil du zwar in deinem Betrieb vielleicht noch berufsfähig und fit warst, aber in der Branche allgemein hat es sich weiterentwickelt. Und da fehlt die Bildung, die notwendige Weiterbildung. Das System müssen wir vor allem hochziehen. Wir reden immer vom lebenslangen Lernen, aber wir haben die Angebote nicht. Und wir haben vor allem kein Recht darauf. Könntest du in deine Branche wieder zurückkehren? Ganz schwierig. Ich müsste eine Menge Geld investieren wahrscheinlich. Die Kurse sind nicht billig. Also es gibt schon. Du müsstest privat Geld investieren. Ja klar, wer sonst? Kann dir der Staat dann nicht helfen oder so, damit du wieder in Arbeit kommst? Ja, wenn es so wäre, dass ich tatsächlich von Arbeitslosigkeit bedroht wäre. Jetzt gerade im Moment sieht es ja ganz gut aus. Bin gut beschäftigt da im Bundestag. Kann ja sein, dass du 2021 rausfliegst. Ja, dann habe ich nach einer Übergangszeit bin ich tatsächlich in der Situation, dass ich für mein eigenes Einkommen wieder sorgen muss. Und wenn ich da keine Arbeit finde, dann müsste schon auch die öffentliche Hand mir und die Arbeitsagentur vor allem mir Angebote machen. Welche Kurse kann ich machen und wo können wir dir weiterhelfen? Wenn man das selber finanzieren muss, dann ist es meistens zu spät. Ich finde auch die Arbeitgeber übrigens auch während der Arbeitszeit. Das ist jetzt nicht in meinem Fall nicht so geschickt, glaube ich. Aber sonst, auch die haben eben Verantwortung, ihre Leute fit zu halten. Hast du schon mal vom Staat leben müssen, der staatliche Leistung empfangen? Ich habe tatsächlich damals bei der Ausbildung für Informatik bei der Arbeitsagentur Förderung bekommen für diese Ausbildung. Das waren noch andere Zeiten. Wo wir bei der Arbeit sind, was hältst du denn, bist du so, es gibt ja immer viele SPDler, die so in der 40-Stunden-Woche festhalten und so weiter und so fort. Dabei hören wir ja, die Arbeit wird weniger, die Arbeitsplätze fallen weg. Automatisierung, Digitalisierung sind die Stichworte. Kann man dich für eine 20-Stunden-Woche begeistern? Grundsätzlich ja. Ich glaube, ich kenne kaum jemanden, der nicht sagen würde, ein bisschen weniger Arbeit würde ich auch zurechtkommen. Allerdings ist es so, die Automatisierung hat ja dieses vielleicht Versprechen oder auch diese Drohung nicht eingelöst. Die Arbeit ist nicht weniger geworden. Noch nicht. Die Automatisierung ist eigentlich rum. In allen großen Industriebetrieben arbeiten Roboter und große Maschinen, die schwere Arbeit abnehmen. Und das ist auch gut so. Aber es ist dadurch ja nicht weniger Arbeit geworden. Wir haben ja immer noch, kommen Menschen aus den europäischen Mitgliedstaaten zu uns, um bei uns zu arbeiten, weil wir hier mehr Arbeit haben, als wir bewältigen können. Alle Erwerbstätigen machen im Schnitt 5% Überstunden. Immer. Also jede Woche. 5%. Ich finde das ziemlich viel. Im Schnitt. Könnte man die 5% das nicht verringern, dass es keine Überstunden gibt und mehr Leute Arbeit haben, die diese 5% Überstunden übernehmen? Die Sache mit der Arbeit ist absolut eine Verteilungsfrage, ganz genau. Also dass wir Menschen haben, die keine Arbeit finden und andere, die Überstunden machen müssen, das ist ein Verteilungsproblem. Es hat aber auch, wie gesagt, was mit Bildung und was mit Passung zu tun. Die Leute müssen fit gemacht werden für den Beruf, für den sie sich interessieren. Und da fehlt es halt oft. Bei manchen fehlt es auch noch an anderen Dingen, wo die Unterstützung brauchen. Nehmen alleinerziehende Mütter, die nicht entsprechende Kinderbetreuungsangebote haben, so wie das bei mir damals der Fall war. Ich war nicht alleinerziehend, aber fast quasi, wenn man in der gleichen Branche die ganze Woche unterwegs war. Und dann kannst du es vergessen mit der Berufstätigkeit. Dann kommst du nicht mehr rein, dann bist du raus. Es gibt ja wahrscheinlich gesetzliche Möglichkeiten, die der Gesetzgeber einbringen kann, dass es sich immer mehr im Runde bewegt. Von einer 40 auf einer 35, auf einer 30, auf einer 25-Stunden-Woche. Ja, also ich finde es grundsätzlich wirklich gut und wichtig, aber nicht so sehr, dass alle jetzt 5 Stunden weniger arbeiten sollen oder alle 10 Stunden weniger arbeiten sollen, weil ich glaube, dass es einfach Lebensphasen gibt, wo man gern viel arbeitet, weil man sich reinhängen will, weil man dann nicht irgendwie, da soll dann nicht die Stechuhr sein und ich darf jetzt nicht mehr arbeiten, was wie. Und in anderen Lebensphasen, wo ich kleine Kinder habe oder wo ich jemanden zu pflegen habe in der Familie oder wo ich mich weiterbilden will, auch mal nicht nur beruflich, da will ich vielleicht mal auch mal reduzieren. Die Jutta Almendinger hat das sehr stark und gut herausgearbeitet, dass die Erwärtsbiografie, die Lebensbiografie eben auch so ein Atmen der Erwärtszeitigkeit erlauben soll, dass man aber das auch selber entscheidet, ja. Muss man Arbeitnehmer auch vor, ich sag mal, Selbstausbeutung schützen, dass sie nicht zu viel arbeiten, dass sie nicht zu viel Überstunden machen? Also die Arbeitnehmer selbst, glaube ich, muss man nicht vor sich schützen, aber davor, dass das eben der Normalfall sozusagen in der Arbeitswelt ist und dass die Erwartung natürlich von den Arbeitgebern oder von den Auftraggebern auch entsprechend ist. Wir haben ja mittlerweile so ein bisschen auch ein Auseinanderlaufen, was die Beschäftigungsverhältnisse anbelangt, dass eben sehr viele mittlerweile selbstständig arbeiten, soloselbstständig und nicht selten prekär. Ja, das klingt so nach selbstständig, das wäre irgendwie so der coole Scheiß, aber ist halt oft nicht. Du hast sehr viele Arbeitgeber. Wie wollt ihr denn da hinkommen, dass die Leute vielleicht weniger arbeiten? Du sagst jetzt irgendwie, die Automatisierung ist eigentlich schon durch? Ja. Also ich meine, zum Beispiel in der Autobranche steht das ja dann doch gerade erst noch an. Die Automatisierung nicht. Nicht die Automatisierung, die steht nicht an, die ist echt durch. Die wird immer weitergehen natürlich, wie aller Wandel geht es immer weiter, aber was jetzt ansteht, ist die Digitalisierung. Also auch die Losgröße 1 und diese Geschichten, ja. Industrie 4.0, wie man das nennt, das wird wieder Veränderungen bringen, klar. Aber ich meine, die Automatisierung hat vor 30 Jahren begonnen mit Maschinen, wie gesagt, die schwere Arbeit. Und es ist nicht dabei rausgekommen, dass uns die Arbeit ausgegangen ist. Ich will so ein bisschen diese Geschichte, wahrscheinlich geht uns demnächst die Arbeit aus, ich will das so ein bisschen in Frage stellen. Und wir haben ja in der Pflege, wir haben in der Erziehung, wir haben bei den Polizisten, wir haben in der Verwaltung zu wenig Menschen. Ja, wir sagen immer, wir hätten Geld, um zu investieren in den Straßenbau und so weiter, aber wir haben die Leute nicht. Weder die, die es bauen, noch die, die es planen. Überall fehlen uns Leute. Und dann davon zu reden, wahrscheinlich geht uns bald die Arbeit aus, es passt für mich irgendwo nicht zusammen. Man soll die Leute nicht verrückt machen mit dieser Angst, auch mit dieser Angst machen. Die Digitalisierung nimmt uns allen die Arbeit weg und die KI, die macht uns alle sowieso dumm, weil die ist so intelligent. Ja, nee. Wer macht deine Angst? Ich glaube, dass wir die größte Angst, die wir haben müssen, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Du sagst, den Leuten wird Angst gemacht. Wer macht die Angst? Ja, es wird viel darüber gesprochen, dass uns die Arbeit ausgeht. Es gibt Studien, die so sagen und welche, die so sagen. Und ich glaube, was wir vor allem, wo wir uns vor allem mit beschäftigen müssen, ist, dass es anders wird. Die Arbeit wird anders werden und deswegen müssen wir uns auf Veränderungen einstellen, Veränderungen als Chance begreifen, eben keine Angst davor haben, sondern mit Zuversicht und Mut da reingehen. Gibt es bestimmte Interessengruppen, die den Leuten Angst machen, dass die Arbeit weniger wird? Das glaube ich nicht. Sollten wir Arbeit vielleicht neu denken und neu definieren? Ja, na klar. Wir haben auf jeden Fall eine Schieflage zwischen der industriellen Arbeit und der Pflegearbeit zum Beispiel. Eine gute Freundin von mir sagt regelmäßig, warum soll es eigentlich mehr wert sein, 30 Kilo Stahl zu tragen als 30 Kilo Mensch? Ja, also um das so ein bisschen zu verbildlichen. Ja, es ist doch so. In der Pflege und in der Erziehung wird einfach viel, viel schlechter bezahlt. Aber da fehlen uns auch die Leute. Ich denke aber auch die familiäre Pflegearbeit, die ja ganz viele leisten und zwar unentgeltlich, das muss halt auch eine andere Wertschätzung auch bekommen. Auch das Engagement in der Zivilgesellschaft muss Wertschätzung erhalten. Wir müssen auch Zeit dafür haben. Wir müssen auch Sicherheit dafür haben, ja, mit diesen Befristungen zum Beispiel oder auch eben die Arbeit als, wie gesagt, Solo-Selbstständiger, Freelancer, wo du kaum die Möglichkeit hast, eigentlich dich irgendwo einzubringen, weil es immer am Ort ist, ja. Bei welchem Ortsverein, sagen wir mal, jetzt der SPD soll ich mich engagieren, wenn ich ständig unterwegs bin. Das ist ganz schwierig, ja. Jetzt hast du gerade angesprochen, dass die Arbeit jetzt nicht weniger wird, aber sie verändert sich ja trotzdem. Wo siehst du die größten Herausforderungen? Wo hättest du Angst, wenn du jetzt nochmal wieder normal arbeiten müsstest? Vor welchen Veränderungen? Ich bin nicht von Angst getrieben und ich glaube, dass ich auch mit meiner Biografie sozusagen dafür stehen kann, dass man sich ständig neu erfinden kann und Veränderungen auch als Chance begreifen. Aber da brauchst du eine entsprechende Grundlage dafür und das ist Bildung tatsächlich und natürlich auch ein Selbstbewusstsein, eine Grundhaltung. Und ich glaube, dass unser Bildungssystem da ganz viel beitragen kann, den jungen Leuten auch Mut zu machen, die jetzt gerade, also ich habe welche in dem Alter Berufswahl, ja, die haben das Gefühl, das ist eine Entscheidung, die fürs Leben ist. Das ist aber völliger Quatsch, ja, weil ich meine, das machst du fünf oder zehn Jahre und dann machst du vielleicht auch mal was anderes. Und das zu vermitteln und aber auch zu vermitteln, ihr habt, wir geben euch das Rüstzeug mit, um euch zu verändern, um euch neue Kompetenzen selbst anzueignen, Dinge zu lernen, ja. Und da könnt ihr mit Mut drangehen, weil ihr habt alles drauf, was man braucht. Das wäre die Botschaft, die ich gerne als Bildungssystem den Kindern und Jugendlichen mitgeben würde. Du hast sogar angesprochen, wir haben, uns fehlen so viele Fachkräfte, uns fehlen Lehrer, Pfleger und alles Mögliche. Das war ja teilweise absehbar. Ja, absolut. Was sind denn die Ursachen dafür? Ich glaube, bei den Berufen, die du gerade angesprochen hast, die in der öffentlichen Hand angestellt sind, da ist der hauptsächliche Hintergrund die Schuldenbremse in die schwarze Null. Die Schuldenbremse hat bei den Ländern dazu geführt, dass die in der Hauptsache bei Personalkosten und natürlich auch in Gedanken an die Pensionslasten Personal abgebaut haben. Natürlich haben wir uns auch einreden lassen, der schlanke Staat ist, nur ein schlanker Staat ist ein guter Staat, der schlanke Staat ist der arme Staat, ja. Und den können sich nur reiche Leute leisten. Da müssen wir dringend was dran verändern. Deswegen muss dieser Zusammenhang auch aufgehoben werden. Wie? Ich habe die Schuldenbremse für einen Fehler gehalten, schon immer. Und ich meine, wir müssen die wieder auflösen. Du weißt schon, dass das von euren SPD-Lern kam? Auch? Na klar. Habe ich schon vorher gesagt. Die neoliberalen Irrungen und Wirrungen hatten auch uns erfasst. Das heißt, Schuldenbremse willst du aus dem Grundgesetz wieder streichen? Ja. Wie soll das dann funktionieren? Da brauchst du eine Zweidrittelmehrheit, ne? Ja, da muss man entsprechende Mehrheiten. Ja, sicher. Klar. Wenn du da die Mehrheiten nicht hast, wie willst du das umgehen? Ich glaube, dass eigentlich alle ganz genau wissen, dass gerade der Personalmangel daher rührt. Ja, wir haben jetzt im Bundestag in der Großen Koalition beschlossen, dass mehr Bundespolizisten, dass da Stellen geschaffen werden sollen. Aber es gibt die Leute nicht. Ja, die müssen erst ausgebildet werden. Aber es gibt auch die Leute, die man ausbilden könnte, nicht. Zunächst mal, ja. Ich meine, wenn die erst geboren werden müssen, dann müssen wir sehr, sehr lange warten, bis wir die Stellen wieder geschaffen haben. Dann haben wir einfach große Fehler gemacht. Wir haben auch den sozialen Wohnungsbau in den Kommunen und Ländern ganz überwiegend aufgegeben, weil man damit den Haushalt bereinigen konnte. Und jetzt stehen wir vorm Scherbenhaufen. Ja, das sind Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, die wir auch nicht nur mitgetragen haben, sondern zum Teil auch selbst angezettelt. Das ist schon richtig. Nochmal zurück zur Arbeit. Es wird ja auch immer davon gesprochen, dass zum Beispiel ehrenamtliche Tätigkeiten zukünftig vielleicht als Arbeit gelten könnten. Keine Ahnung, wenn du da im Fußballverein nachmittags von deinen Kindern trainierst. Was hättest du davon? Oder die Pflege der Mutter oder so? Ja, also gibt es eigentlich beides schon. Als ehrenamtlicher Trainer, Fußballtrainer, Trainerin kannst du Aufwandsschädigung bekommen. Und die ist steuerfrei. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist schon okay. Und du kannst, die können natürlich auch Minijobs vergeben, die Vereine, wenn sie die Kohle dafür haben. Wir wollen natürlich nicht, dass auf der anderen Seite die Mitgliedsbeiträge jetzt durch die Decke gehen und dann die Leute sich nicht mehr leisten können, da mitzuspielen. Das soll auch nicht sein. Aber das ist zumindest möglich. Und wenn du Angehörige pflegst, dann bekommst du ja auch Pflegegeld. Aber das ist nicht sehr hoch, leider. Insgesamt ist der Pflegesektor unterfinanziert. Also gerade in der Pflege müssen wir zu einer Vollversicherung kommen. Das ist ja gerade im Moment auch mit hohen Eigenanteilen belegt, wenn man dann stationär gepflegt wird. Und da müssen wir was dran ändern. Kannst du kurz erklären für unsere naiven Zuschauer, was ist die Pflegeversicherungsform jetzt und was wäre eine Vollversicherung? Ja, wir haben im Moment noch einen sehr geringen Pflegebeitrag im Versicherungssystem, Krankenbeitrag, Pflegeversicherungsbeitrag, der eben nur dazu reicht. Dafür reicht jetzt so einen Anteil zu finanzieren. Den Löwenanteil müssen die Leute aber selbst bezahlen. Also einen Eigenanteil, wenn man im Heim ist, entweder müssen es die Leute aus der eigenen Rente bezahlen oder wenn die nicht reicht, dann werden erst mal die Kinder auch mit herangezogen. Und erst wenn das auch nicht funktioniert, dann springt das Sozialamt ein. Und das ist ja bei der Krankenversicherung ganz anders. Die übernimmt ja die vollen Kosten, sowohl wenn du Medikamente brauchst oder Behandlung, als auch dann die Lohnfortzahlung. Das ist eine Vollversicherung und so eine Vollversicherung als Bürgerversicherung brauchen wir auch bei der Pflege. Das ist ein bisschen so, wenn wir das umgekehrt sehen bei den Kindern. Da sagen wir auch, die Kita muss umsonst sein. Nicht umsonst bitte, sondern kostenlos. Kostenlos, Entschuldigung. Genau. Die soll dringend nicht umsonst sein. Genau. Kostenlos muss die sein, weil sie eben ein Bildungsangebot ist. Nicht nur Betreuung, sondern vor allem auch Bildung. Und Bildung muss kostenlos sein. Und sie muss auch für alle gerechte und gleiche Chancen ermöglichen. Aber ist das vielleicht ein Teil deines Menschenbilds, dass du sagst, der Lebenseinstieg muss für die Menschen in dem Alter vom Staat gefördert und garantiert sein, aber auch der Lebensabschied? Ja, vieles auch dazwischen. Auch das Studium, auch die Ausbildung. Es gibt immer noch Ausbildungsberufe, gerade die übrigens, von denen man nachher nicht leben kann, wo man Schulgeld bezahlt und nicht etwa eine Ausbildungsvergütung hat, was eine Riesenschweinerei ist, logischerweise. Und auch der Meister. Wir sagen immer die duale Ausbildung. Wir wollen die hochhalten. Aber der Meister muss eben seine Meisterschule selbst bezahlen, die Prüfungsgebühren auch. Und an den Hochschulen sagen wir, das Studium soll kostenfrei sein. Und in beiden Fällen muss es wirklich so sein, dass die Leute die Möglichkeit haben, jeder die Möglichkeit hat, eben diesen Aufstieg zu machen, diese Weiterbildung zu machen und so weiter, ohne jetzt abhängig zu sein vom eigenen Geldbeutel oder dem der Eltern. Und gerade diese Dinge sollen eben von der Gemeinschaft, von der Gesellschaft finanziert werden. Und dann geht es auch gerechter zu, weil wir eine progressive Steuerverteilung haben. Das heißt, wer mehr verdient, muss auch mehr bezahlen. Und wer weniger verdient, kann möglicherweise gar keine Steuern bezahlen, ist oft so. Und dann sind die Lasten auch gerecht verteilt. Auch, sagen wir mal, wenn jemand sagt, der ÖPNV sollte kostenlos sein. Ich fände es gut. Wir müssen auch einen guten ÖPNV haben, vor allem auch auf dem Land, wo die Angebote auch anders sein müssen als hier in der Stadt, wo du eben auch so On-Demand-Geschichten haben musst. Aber es soll auch kostenlos sein. Und wer soll es finanzieren? Ja, die Gemeinschaft, die Gesellschaft. Und dafür müssen wir eine entsprechende Einnahmenverteilung auch haben. Studieren zu viele Menschen in Deutschland? Glaube ich nicht. Ich glaube, ich halte auch dieses Gegeneinander von, wir müssen die duale Ausbildung und die Überakademisierung, ich halte das nicht für die richtige Diskussion. Die Leute sollen frei sein, auch in ihrer Entscheidung, was sie machen. Ich glaube, dass viele Berufe, wie zum Beispiel auch die frühkindliche Bildung, auch eine Akademisierung vertragen können. Dass die Leute gerade, weil man sagt immer, auf den Anfang kommt es an. Man muss schon auch gut verstehen, was da passiert in diesen vier, fünf Jahren, bevor die Kinder in die Schule kommen. Da ist wahnsinnig viel in der Entwicklung drin, wo man auch unterstützen und begleiten muss. Da gehört also viel Wissen dazu. Und das heißt, da ist an vielen Stellen eine Akademisierung gar kein Fehler. Und ich denke einfach, dass wir den Leuten die Wahlmöglichkeit lassen müssen, aber auch eben überall die Attraktivität erhöhen und dafür sorgen, dass auch jeder weiß, auch wenn ich eine duale Ausbildung mache und ich will vielleicht irgendwann mal hoch hinaus, dann habe ich alle Möglichkeiten, um mich da weiterzuentwickeln als Techniker und als Meister. Und wir haben ja auch Zugang an den Hochschulen, auch wenn du kein Abitur hast, eben genau da für diese Leute. Schule, Bildung an sich ist eine Ländersache in Deutschland, aber zum Beispiel den größten Schaden hat ja dann am Ende quasi auch die Bundesregierung mit der Europäischen Union in den letzten Jahren hinbekommen durch den Bologna-Prozess. Bist du da auch kritisch und wie würdest du das ändern? Ganz ehrlich, ich halte die... Die Bachelorisierung des Studiums für unsere Zuschauer. Sehr schön, du erklärst das sogar selber. Genau. Tatsächlich halte ich die Bachelorisierung, also die Angleichung zwischen den europäischen Mitgliedstaaten halte ich für gut, weil man ja auch irgendwie wechseln können muss, auch mal ein Semester im Ausland studieren oder mehrere oder irgendwie. Aber wie wir es in Deutschland umgesetzt haben, das halte ich für einen Fehler. Das ist nämlich der Witz in der Geschichte. Wir schimpfen dann auf Bologna, aber wir haben es selber gemacht. Also diese Credit-Point-Orientierung, das stammt nicht aus der europäischen Angleichung, sondern das stammt aus unseren eigenen Ideen. Wir haben halt so eine Messbarkeit und so eine Effizienzidee in die Bildung reingebracht. Ja, auch mit dem G8, das ist genau dasselbe Thema als achtjähriges Gymnasium, wo wir halt die Leute extrem unter Druck setzen und am Ende... Aber wir sind doch eine Leistungsgesellschaft. Ja, sicher, aber wie kann ich denn leisten, wenn ich nur lerne, Stoff zu fressen und ihn bei Prüfungen wieder auszukotzen? Das ist doch keine Kompetenz, die ich irgendwie fürs Leben brauche. Ja, aber da sind wir, wenn wir beide studieren würden, aber besser miteinander vergleichbar. Das ist doch gut dann auch für Arbeitgeber, die wissen dann, wen sie von uns haben wollen. Nee, das wissen die witzigerweise komplett nicht. Die sagen ja, dass man an so einem Bachelorzeugnis überhaupt gar nichts ablesen kann, dass ihnen die personellen Kompetenzen und die sozialen Kompetenzen fehlen. Dass da keine Teamfähigkeit entsteht, ist wirklich lustig, weil der Druck, die Sachen so durchzuorganisieren, der kam ja auch aus der Wirtschaft. Und jetzt sagt die Wirtschaft, wir können mit den Leuten nichts anfangen, die sind nicht erwachsen. Ja, kein Wunder, wenn jemand mit 22 seinen Bachelor hat und dann eine Führungsaufgabe soll. Ja, es wird halt nicht funktionieren. Aber wem nützt denn dieses aktuelle System? Wem oder was? Das ist eine wirklich spannende Frage. Also die Finanzpolitiker tatsächlich haben geglaubt zum Beispiel, dass das achtjährige Gymnasium dem Haushalt nützt. Das ist aber gar nicht der Fall gewesen. Heute ist irgendwie ein Blaulichtag. Die Haushaltspolitiker haben geglaubt, dass das eine gute Sache ist. Ja, die Finanzpolitiker, die haben da Druck drauf gemacht. Die Schulbildung muss, also erstens mal müssen die jungen Leute früher in den Beruf kommen, was komplett nicht funktioniert hat. Können wir gleich nur sagen, warum. Und es soll eben günstiger werden. Es soll nicht mehr so viel Geld kosten, bis zum Abitur zu kommen. Ein Jahr weniger kostet weniger Geld. Hat sich komplett nicht bewahrheitet. Aber das war eine finanzpolitische Idee, keine bildungspolitische. Wir Schülerinnen und Schüler haben den Staat belastet. Der Staat hat sich nicht gedacht, okay, die sollen so lange und gut an der Schule sein, wie es geht. Nein, wir belasten den Staat. Also ich habe eine Erinnerung an einen Kultusminister, der zu meiner Schulzeit in Baden-Württemberg tätig war. Später war er irgendwie im Fußball unterwegs. Du weißt jetzt, war ja Vorfelder. Der war in der Bildung tätig? Ja, der war Kultusminister in Baden-Württemberg. Ja, und der hat damals zu meinem Abiturjahrgang direkt bei einem Vortrag gesagt, er sorge für den Input und wir hätten jetzt den Output zu leisten. Und ich dachte so, was ist das für ein bildungspolitisches Narrativ? Völlig irre, ja. Also das ist einfach, wenn Bildung aus dem Finanzhaushalt und mit Effizienzgedanken und Leistungsgesellschaft gesteuert ist, dann läuft das schief, ganz klar. Was wäre denn dein Gegennarrativ zu Meier Vorfelders? Also ich bin der Auffassung, wie ich vorher auch schon gesagt habe, dass das Bildungssystem dafür zuständig sein muss, ist, junge Menschen zu stärken, in ihren Potenzialen zu bestärken und zu entwickeln, sie zu begleiten in ihrer Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und kognitive Entwicklung und soziale Entwicklung. Und dass das alles dazu führen muss, dass die mutig und selbstbestimmt ihr Leben in die Hand nehmen können. Das ist die Hauptaufgabe. Und nicht Berufsfähigkeit, weil da sind die noch weit von entfernt. Die Berufsausbildung kommt danach. Orientierung darf gerne sein. So eine Idee, was könnte ich eigentlich machen mit meinen Fähigkeiten, was sind meine besonderen Neigungen, was kann ich verwirklichen, wo kann ich mich einbringen. Aber das alles soll keine Orientierung am aktuellen Arbeitsmarkt sein. Das ist ja auch so eine Entwicklung, die wir dann in der Berufsausbildung gemacht haben, dass wir sehr stark am aktuellen Arbeitsmarkt orientiert sind. Das heißt, wir haben wahnsinnig viele Binnenstrichberufe entwickelt. Wir haben den Wirtschaftsinformatiker und den Medizininformatiker und den Verwaltungsinformatiker und so weiter und so fort. Und die Leute sind dann irgendwo auf dieses Segment festgelegt und können sich gar nicht gut weiterentwickeln. Ich finde, das führt dazu, dass junge Leute vor lauter Angebot kaum wissen, was sie machen sollen. Eltern können kaum beraten, weil sie die Berufe heute gar nicht kennen, also die Ausbildungsberufe. Und Lehrkräfte genauso wenig. Und dann stehen die da wirklich davor vor diesem Riesenangebot und wissen kaum, was sie tun sollen. Ich meine, wir müssen wieder zurück zu grundlegenden Ausbildungen, die dann im Lauf des Lebens eben weiterentwickelt werden. Dieses lebenslange Lernen. Jetzt willst du ja SPD-Chefin werden und als SPD-Vorsitzende hättest du ja großen Einfluss auf das Parteiprogramm, auf das Wahlprogramm bei der nächsten Wahl. Was würdet ihr denn bei der Bildung ändern? Ehrlich gesagt ist die Programmatik der SPD nicht schlecht. Ich glaube, wir haben gute Beschlusslagen. Wir könnten schon uns ein neues Grundsatzprogramm mal zulegen. Das Aktuelle ist schon ein bisschen älter. Aber bezogen jetzt auf die Bildung? Genau. Bezogen auf die Bildung haben wir die richtigen Haltungen. Längeres gemeinsames Lernen, mehr... Das ist Schulzeit, aber jetzt Uni. Bei der Uni, da steckt man tatsächlich in der Schwierigkeit. Es ist gar nicht von der Politik vorgegeben worden, diese Credit-Point-Orientierung und diese extreme Paukerei. Und es ist nicht von der Politik vorgegeben, das haben die Hochschulen selber gemacht. Und da muss man dazu anregen, dass sich das weiterentwickelt. Ja, aber ich meine, der Bund gibt ja wahrscheinlich auch eine Menge Förderung an unsere sogenannten Elite-Universitäten. Da kann man doch quasi Bedingungen stellen. Hört auf damit, unsere Kinder und Jugendlichen so zu drangsalieren. Ja, das wäre ein Weg, weil der Bund tatsächlich nicht für die Lehre so wahnsinnig viel Geld gibt, sondern für die Forschung. Er müsste praktisch über den Dreh der Forschungsförderung sagen und komplementär wollen wir, dass die Lehre so und so sich weiterentwickelt. Das wäre ein guter Weg, ja. Letzter Punkt noch bei der Arbeit. Viele junge Leute interessiert das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Da fremdeln viele Sozialdemokraten immer wieder damit. Habe ich auch schon gehört. Wie ist es bei dir? Ich halte das BGE grundsätzlich mal für eine spannende Idee. Ich finde es wahnsinnig schade, dass es auf eine Stillhalteprämie für Erwerbslose reduziert wird, weil das soll es eben gar nicht sein. Aber das ist so der Grund, warum die Sozialdemokratie sich auch damit schwertut, als erwerbstätigen Partei, als Arbeitspartei, dann zu sagen, wir finanzieren, dass Leute keine Arbeit haben. Das ist aber nicht die Idee dahinter, sondern es ist die Idee natürlich, eine Libertäre, die den Leuten die Möglichkeit geben soll, das zu machen, wovon wir vorher gesprochen haben, mal mehr, mal weniger zu arbeiten, auch mal in der Hauptsache ehrenamtlich zu arbeiten und da auch die Freiheit für zu haben. Es ist aber tatsächlich auch, hat noch ein paar andere Aspekte, die ich spannend finde. Zum Beispiel liegt eine wahnsinnige Ungerechtigkeit darin, dass der Grundfreibetrag, den du nicht versteuern musst, das steuerfreie Grundeinkommen, nein, heißt nicht Grundeinkommen, der steuerfreie Betrag, den jeder hat, Kinder und Erwachsene in unterschiedlicher Höhe, dass der bei Reichen viel stärker entlastend wirkt, als bei geringen Einkommen. Ja gut, aber wir leisten ja auch mehr. Trotzdem sollte das Existenzmium dasselbe sein. Und andere steuerliche Förderung wirkt ja genauso. Wenn du spendest an eine Partei oder an einen Verein, dann bekommst du mit einem hohen Einkommen mehr über die Steuer zurück als mit einem niedrigen Einkommen. Das ist ungerecht. Das ist auch ganz frei von Sinn, weil das ist ja gar nicht das, was wir fördern wollen. Wir wollen ja Engagement fördern und Gemeinnützigkeit und wir fördern hohe Einkommen. Das liegt was schief. Und das BGE wäre unter anderem auch an der Stelle eben, was den Freibetrag anbelangt, eine Lösung. Der Sozialstaat ist wahnsinnig bürokratisch. Es ist ja in der Hauptsache deshalb, weil wir Missbrauch verhindern wollen. Wir starren schon fast wie so ein Kaninchen auf die Schlange, auf den Missbrauch, anstatt hauptsächlich das Vertrauen in die Menschen da uns leiten zu lassen. Und diese Bürokratie kostet einen Haufen Geld. Aber das wäre ja beim BGE jetzt nicht das größte Problem, weil da ist es ja bedingungslos und das gilt ja für jeden, wenn du hier in Deutschland lebst. Genau deshalb meine ich, dass eben der Sozialstaat, der soll natürlich weiterhin, das BGE ersetzt, nicht den gesamten Sozialstaat. Wir brauchen immer noch Förderung für Wohnungen und Förderung für, sagen wir mal, so einen Kinderzuschlag und solche Dinge. Oder die Kindergrundsicherung eben. Unterstützung in der Bildung, aber eben nicht mehr in tausend Einzelanträgen auch. Das Bildungs- und Teilhabepaket zum Beispiel, das ist so ein Beispiel. Ein Drittel von dem Aufkommen wird für Bürokratie aufgewendet. Das ist ja verrückt, oder? Und ein ganz großer Anteil der Menschen, die da Anspruch drauf hätten, sind ja Kinder und Jugendliche, deren Eltern müssten das beantragen. Wird überhaupt nicht in Anspruch genommen, weil es so kompliziert ist. Ich muss für jeden Vereinsbeitrag, den ich ersetzt haben will und für jeden Schulausflug, wo ich die Kosten dafür ersetzt haben will, muss ich einen Einzelantrag stellen. Das machen die Leute nicht. Ist doch logisch. Die Anträge kann schon mal keiner lesen und verstehen, aber vor allem ist es aufwendig. Es ist einfach viel zu bürokratisch. Zurück zum BGE. Was stellst du denn da vor? Womit kann man, womit lockst du denn die SPDler, die Deutschen? Ich glaube, dass wir einen kleinen Einstieg ja schon zum Beispiel finden können mit der Idee der CO2-Bepreisung, die wir ja zurückgeben wollen. Das wäre ja schon ein kleines, bedingungsloses Einkommen. Oder so eine negative Steuer oder wie man es nennen will. Das wäre ein guter Einstieg, um zu verstehen, dass das auch funktioniert. Ich hoffe auf die Kraft der Argumente. Ja, aber ansonsten, es gibt ja auch andere Formen des BGEs. Also quasi eine Summe x, 1000 Euro, 1500 Euro und dafür alle anderen Sozialleistungen streichen. Nee, nicht alle anderen Sozialleistungen streichen, weil du einfach immer noch Nachteile ausgleichen musst. Also Menschen mit Behinderung zum Beispiel, da ist Teilhabe noch nicht irgendwie möglich, einfach indem man halt ein BGE auszahlt. Das ist einfach, das ist zu wenig. Der Gedanke ist zu klein, ja, an der Stelle. Aber es schafft eben, es würde entbürokratisieren und es schafft einen Freiheitsgrade, ja. Klar. Das waren wir letztens gerade in Sachsen und Brandenburg. Dort wollen Sie Modellregionen schaffen, wo Sie das Grundeinkommen mal ausprobieren. Wäre das auch was für dich? Das ist spannend, das haben ja andere auch schon gemacht. Ich glaube, in Finnland hat es solche Modellregionen gegeben. In der Schweiz hat man darüber abstimmen lassen mal. Im ersten Anlauf war ein interessantes Ergebnis. Gar nicht so wenige Leute fanden das interessant und haben gesagt, könnte man vielleicht mal machen. Noch zu wenige, ja. Also aber auszuprobieren, finde ich eine gute Idee. So ein bisschen Sandboxing, mal gucken. Wo könnte man das in Deutschland machen? Na, wenn da jetzt Länder vorangehen und mal Regionen austesten. Ich würde da gar nicht jetzt ein bestimmtes Ziel mitverfolgen und sagen, das ist der richtige Ansatz für, sagen wir mal, Strukturwandel oder strukturschwache Gebiete. Sondern, weil da kommt ja dann immer diese Schieflage rein, dass man sagt, ah, siehste, das ist ja doch nur irgend so ein Stillhalteding. Das ist beim Strukturwandel, sagen wir mal, Kohleausstieg und Ähnliches. Da müssen wir andere Möglichkeiten finden, um die Regionen zu stärken. Gut, wir sind trotzdem irgendwie schon wieder beim Thema Ungleichheit, Vermögensverteilung in Deutschland und so weiter und so fort. Bist du damit am wenigsten zufrieden? Mittlerweile haben 46 Familien in Deutschland so viel Geld wie die ärmsten 42 Millionen in Deutschland. Das sind Zahlen, die uns wirklich erschrecken müssen und wo wir auch was gegen machen müssen. Deswegen haben wir auch ein Steuerkonzept vorgelegt, das an der Vermögensteuer, an der Erbschaftssteuer, an der Einkommensteuerverteilung was verändern will. Und wir müssen da was verändern. Du und dein Partner? Genau, Norbert Walter-Borjans, ehemaliger Finanzminister von NRW, ein bisschen bekannt geworden durch sein Hobby. Er sammelt ja CDs, ne? Genau. Und wir haben so ein Konzept vorgelegt, genau weil diese Schieflage in Deutschland beseitigt werden muss. Wie sieht das aus? Das Konzept? Ja. Ja, höhere Einkommen und hohe Vermögen, sehr hohe Vermögen und sehr hohe Einkommen sollen stärker besteuert werden, damit erstens der Staat in die Infrastruktur investieren kann, was ich vorher gesagt habe, zum Beispiel der kostenlose ÖPNV, damit sich der Staat diese Investitionen auch leisten kann. Damit der Klimawandel so gestaltet werden kann, dass eben nicht die Rentner und die Pendler und so weiter belastet werden, sondern dass das von der Gesellschaft, von der Gesamtgesellschaft getragen wird. Und dass diejenigen, die starke Schultern haben und offensichtlich eine Menge Geld da auch ihren Beitrag leisten. Ich erzähle ja gerne Geschichte über eine Werbung, die wir ständig im Straßenbild sehen, alle elf Minuten in Deutschland. Was passiert da? Weißt du Bescheid? Verliebt sich der immer selbe Single in irgendjemand Neues? Ja, ständig in jemand Neues, alle elf Minuten, ganz schöner Stress. Ne, alle elf Minuten werden in Deutschland acht Millionen Euro vererbt oder verschenkt. Im Jahr vierhundert Milliarden Euro. Das ist eine Menge. Das ist doch schön. Das ist total schön. Da kann man sich auch mal verlieben, klar. Ja. Aber ich denke, da oben an der Spitze, da meinen wir jetzt nicht der Omas kleines Häuschen, aber da oben an der Spitze, da muss mehr beigetragen werden. Was heißt denn oben an der Spitze? Wer sind denn die sehr hohen Einkommen, die du besteuern willst? Zum Beispiel diese, was hast du gesagt? 46 Leute, von denen du gerade gesprochen hast, die müssen, glaube ich, einen höheren Beitrag leisten. Und da muss auch richtig hingelangt werden. Aber wenn die, vielleicht haben die gar kein Einkommen, vielleicht lassen die ihr Vermögen einfach für sich so vor sich hin treiben und durch die schönen Zinsen oder keine Ahnung, durch ihre Investitionen machen sie genug Geld. Ja, das ist doch Einkommen. Ach so. Die verdienen doch mit ihrem Geld. Also die lassen das Geld für sich arbeiten. Das ist immer so ein lustiger Begriff, Geld arbeitet. Der Gewinn muss entsprechend besteuert werden und es müssen eben auch die Vermögen selbst einen Anteil leisten. Aber was heißt das konkret? Erbschaftssteuer, Vermögensteuer. Wir haben ja eine Erbschaftssteuer. Ja, aber die ist sehr gering. Genau. Wie würdest du das ändern? Ich habe keine konkreten Zahlen im Kopf. Wir müssen wirklich dafür sorgen, dass da ein höherer Beitrag geleistet wird, vor allem da, wo eben die ganz hohen Erbschaften sind. Du denkst also vom Ende her, okay, wir wollen nicht 5 Milliarden im Jahr einnehmen, sondern 15 Milliarden. Dann rechnest du aus, wie viel man den oberen abziehen muss. Also wo der Ersatz sich erhöhen muss. Ich glaube, es kommt darauf an, das müssen wir miteinander aushandeln, alle miteinander, dass wir die Steuerlast insgesamt müssen wir nicht erhöhen. Der Staat ist jetzt nicht gerade im Moment irgendwie in einer finanziellen Schieflage, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Verteilung besser wird. Und da haben wir einfach in der sogenannten Mitte, wo ja auch Friedrich Merz sich dazu rechnet, was ich ein bisschen verwunderlich finde, ehrlich gesagt, aber in der echten Mitte, da wo die wirklichen Leistungsträger dieser Gesellschaft arbeiten, da haben wir einfach eine zu hohe Belastung. Auch durch Abgaben übrigens, nicht nur durch Steuern. Und oben ist die Belastung zu kriegen. Ich meine, wir haben, bevor wir diese Sozialdemokratie, diese sehr hohe Steuerentlastung vorgenommen hat, haben wir einen Spitzensteuersatz gehabt, der ganz anders aussah als heute, ja, mit diesen 42 Prozent. Was ist eigentlich, ist das eigentlich ein bewusstes Framing, zu sagen, dass das eine Belastung ist? Also diese Steuerbelastung, keine Ahnung, von Reichen und so weiter. Na klar. Das benutzt du ja auch. Ja, na klar. Aber also die Steuerbelastung ist schon auch, wie gesagt, in der Mitte vorhanden. Ich habe auch vorher schon gesagt, die niedrigen Einkommen zahlen gar keine Steuern. Die sind aber durch Abgaben belastet. Na klar. Also der Staat nimmt, um investieren zu können, um Infrastruktur zu schaffen, um Bildungssysteme zu finanzieren und so weiter und aber auch, um zu verteilen, so ein Stück weit. Und das kann man schon als Belastung empfinden. Ja, es ist aber eigentlich ein Beitrag zur Gesellschaft und zur Gemeinschaft. Und da, wie gesagt, müssen die, die mehr leisten können, auch mehr beitragen. Aber jetzt hast du ja gerade diagnostiziert, dass die Oberen, da ist alles ganz einfach und die Ärmeren und Mittleren haben da die Probleme. Warum ist das denn so? Also, ich meine, das weiß der Staat doch. Das weiß die Politik doch. Warum haben sie das so gemacht? Warum hat man die Steuern gesenkt? Weil man geglaubt hat, dass dadurch Investitionen entstehen, dass dadurch irgendwie, ich meine, damals hat man gesagt, der Schlenzer der Kranke immer in Europas. Wir hatten eine hohe Arbeitslosigkeit. Wir hatten eine Schieflage in der staatlichen Finanzierung. Und man hat tatsächlich dieser neoliberalen Idee angehangen, zu sagen, wenn man das Kapital befreit, sozusagen, dann investiert es und der Markt, der wird es dann schon richten. Ja, schräge Idee hat nicht geklappt. Aber wir halten ja irgendwie immer noch dran fest. Ja, in Teilen durchaus. Aber wenn wir mal die Wirtschaftswissenschaftler und die Wirtschaftsjournalisten anschauen, da hat man dann schon auch gelesen, I must admit, the left may be right, hat, glaube ich, einer geschrieben in den USA. Das ist eine ganze Zeit her. Frank Schirmer hat es übersetzt. Ja, und die haben es mittlerweile verstanden. Die SPD hat es eigentlich auch verstanden, aber sie setzt es nicht um und das tut weh. Ich glaube, stellt ihr nicht den Bundesfinanzminister oder so? Ich glaube auch. Der bewirbt sich doch mit dir, ne? Der sagt, er sei von Beruf gar nicht Bundesfinanzminister. Das finde ich immer wieder erstaunlich bei diesen Vorstellungsrunden. Wie bitte? Ja, von Beruf sei er nicht Bundesfinanzminister, sondern Arbeitsrichtler, sagt er. Na gut, aber er ist beschäftigt jetzt als Bundesfinanzminister. Ich denke auch, er könnte da. Macht er einen guten Job? Also jetzt als Finanzminister? Als Finanzminister hält er... Ihr seid alle Freunde untereinander und ihr versteht euch total gut und alles Mögliche. Total. Ihr bist total begeisterter Fan von ihm. Wir sind alle Sozialdemokraten. Nennen Sie ihn auch nicht Olaf Schäuble, sondern Olaf Scholz. Ich nenne ihn Olaf. Wir sagen ja gut zueinander. Er macht einen guten Job. Er hält als Finanzminister die, in meinen Augen, die Nullverschuldung, die schwarze Null eben, die sogenannte schwarze Null, zu sehr nach oben. Das spricht dann davon, wir haben aber ja im Moment die größten Investitionen ever. Das liegt an den hohen Steuereinnahmen, die wir derzeit noch haben. Aber alle reden davon, dass jetzt irgendwo das zurückgeht. Und wir stehen aber vor riesigen Infrastruktur- und Zukunftsaufgaben, die wir zu lösen haben. Und deswegen müssen wir zum einen die Einnahmesituation von der Verteilung her verbessern und zum anderen eben auch dieses Dogma aufgeben, dass wir nicht investieren dürfen, weil ja diese Schuldenbremse und die schwarze Null uns im Weg stehen. Weil eben viele, sagen wir mal, an den Schulen 55 Milliarden Sanierungsstau, alle Schulen in Deutschland, das haben Wissenschaftler ausgerechnet. Das ist ja kein Zustand, dass wir hören, Kinder während des Schulalltags vormittags nicht auf Toilette gehen, weil es da so unschön ist. Das ist eine Schande für Deutschland, sowas. Das Problem ist ja, du hast es ja vorhin schon gesagt, das Geld ist ja teilweise da oder meistens sogar da, aber es wird nicht abgerufen, weil keine Leute da sind, die das dann irgendwie bauen können, verarbeiten können, beantragen können. Ja, wir haben das 2009 erlebt, da gab es ein Konjunkturpaket, beziehungsweise zwei Konjunkturpakete damals. Das waren Investitionspakete für die Kommunen, die konnten unter anderem zum Beispiel Bildungseinrichtungen sanieren. Da wurde eine ganze Menge gemacht, aber es hätte viel mehr gemacht werden können. Und natürlich sind die Preise bei den Handwerkern, bei den Bauunternehmungen durch die Decke geschossen, weil halt so wahnsinnig viel Nachfrage war. Das sind Dinge, die man da eigentlich nicht bewirken will. Und es fehlen einfach tatsächlich vor allem die Mitarbeiter, den Unternehmen fehlen die Fachkräfte und die Arbeitskräfte. Wenn wir dann, sagen wir mal, einen Innenminister haben, um mal das Ressort zu wechseln, der sagt, Migration sei die Mutter aller Probleme, dann muss ich sagen, nein, es ist schon eher so, dass Migration die Lösung vieler Probleme wäre, weil wir einfach eben Zuwanderung brauchen. Wir brauchen Menschen, die hier bei uns arbeiten, die kommen aus den europäischen Mitgliedsländern, da gibt es ja Freizügigkeit. Aber die müssen eben auch darüber hinaus zu uns kommen können, um bei uns zu arbeiten und bei uns zu leben, unsere Gesellschaft auch so ein Stück bunter und vielfältiger zu machen. Und Vermögensteuer, was stellst du dir da vor? Bei ihr beide euch? Ja, die sehr hohen Vermögen, die eben kaum belastet werden und die sehr hohen Einkommen auch, die viel mehr die Möglichkeit haben, Steuern zu vermeiden als jetzt die mittleren und geringen Einkommen. Die müssen höher belastet werden und die Schlupflöcher, die Möglichkeiten da auszubüchsen, die müssen eben geschlossen werden. Wie? Naja, zum Beispiel, wie es Novavoc gemacht hat mit dem Ankauf dieser Insider-Informationen, um eben deutlich zu machen, wir lassen Steuerhinterziehung nicht, das ist nicht irgendwie ein Kavaliersdelikt, das lassen wir nicht durchgehen. Und er hat eben dann auch verhindert, dass mit der Schweiz ein Abkommen geschlossen wird, was ein Milliardengeschenk an Steuerhinterzieher für immer gewesen wäre. Ja, das wäre so ein Stillhalteabkommen gewesen. Wir gucken nicht so genau hin, das darf nicht sein. Ja, aber wie, es hat ja Gründe, warum es überhaupt möglich ist, Steuern zu hinterziehen als deutscher Staatsbürger. Wollt ihr diese Ursachen dafür beseitigen? Ja, da braucht man Steuerfahnder und da braucht man Informationen, um das zu, also Steuerhinterziehung zu bekämpfen, eine Steuervermeidung und vielleicht auch kreative Steuervermeidung. Die ist ja, also ich habe auch vorher gesagt, dass jeder, also das ist legal, das ist nicht Hinterziehung, das ist Vermeidung. Steuervermeidung. Genau, also, dass ich alles Mögliche absetzen kann und das natürlich auch entsprechend tue und vielleicht auch meinen Gewinn mal irgendwo hin verschiebe, damit es besser funktioniert. Ja, diese Dinge, ja, dazu braucht es eben einen besseren Austausch zwischen den Ländern, insbesondere auch in der Europäischen Union. Dieses Country-by-Country-Reporting, dass die eben auch untereinander sich gegenseitig informieren darüber, wer wo was versteuert und welche Gewinne macht. Und ja, da gibt es eine gewisse, weil du vorher gefragt hast, macht er da einen guten Job, da gibt es eine gewisse Vorsicht auf Seiten der Deutschen auch im Europäischen Rat, weil man befürchtet, dass vielleicht auch deutsche Unternehmen dann vielleicht woanders mehr Steuern bezahlen müssten, als sie im Moment tun. Genau, genau. Und ja, da ist eben die Solidarität und die Angleichung, das ist keine Einbahnstraße, ja. Wir können nicht sagen, wir möchten gerne, dass eure Konzerne bei uns ihre Steuern bezahlen und ihren Gewinn versteuern, aber unsere sollen davon befreit bleiben, das ist nicht in Ordnung. Ich meine, die Amerikaner, wenn die eins können, dann dafür sorgen, dass jeder Amerikaner Steuern zahlt. Und da ist ja zum Beispiel, da ist ja deine Staatsbürgerschaft an die Steuerpflicht gebunden. In Deutschland, wenn ich reich genug bin, wenn ich ein guter Formel-1-Fahrer bin, dann sage ich einfach, Saskia, schönes Land, dass du da hast. Meinen Pass mag ich auch, aber ich gehe jetzt in die Schweiz, da ist mein Hauptwohnsitz und da zahle ich halt weniger Steuern. Ja, ich glaube, dass wir tatsächlich zu internationalen Abkommen kommen müssen in dieser Frage, weil auch die Amerikaner müssen damit leben, dass die Leute kreativ Steuern vermeiden. Also wie gesagt, Hinterziehung, das muss einfach verfolgt werden, auch strafrechtlich verfolgt werden notfalls. Aber die Vermeidung, die kommt eben durch die Verschieberei, auch durch die sehr unterschiedlichen Systeme und unterschiedlichen Höhen auch. Klar gehe ich dahin, wo ich nicht so viel versteuern muss, wenn ich es kann. Der einfache Mitarbeiter hier in der Buchhandlung oder woanders in der Kneipe, der kann jetzt nicht seinen Arbeitsplatz verlegen, um weniger Steuern zu bezahlen. Er gibt sein Geld hier aus und versteuert es hier. Da müssen wir wirklich zusehen, dass wir durch internationale Abkommen zu mehr Gerechtigkeit auch kommen. Aber jetzt so meine Idee, dass quasi, wenn du Deutscher bist, musst du auch Deutschland Steuern zahlen? Finde ich schon einen guten Ansatz. Na klar, gilt aber nicht nur jetzt für die, die die Staatsbürgerschaft haben, sondern natürlich müssen auch eben Umsatz und Gewinn, der hier in Deutschland gemacht wird, mit Kunden, die hier in Deutschland sind, muss hier versteuert werden. Das ist ja mit den digitalen Unternehmen ein Riesenproblem, dass die eben ihre Gewinne an den Hauptsitz des Unternehmens legen. Da, wo es am günstigsten ist, wo ist es nochmal in Europa, in Irland. Deswegen sitzen die da alle. Und da müssen wir uns europäisch auch drüber einigen. Das Marktortprinzip, das in der Datenschutzgrundverordnung eingeführt wurde, dass eben die Datenschutzregeln gelten, wo der Kunde sitzt oder beziehungsweise die Ware, die wir ja bei diesen Unternehmen sind. Das muss eben auch für die Umsätze gelten. Da, wo Umsätze und Gewinne erwirtschaftet werden, da müssen sie auch versteuert werden. Du sitzt ja auch im Bundestagsausschuss Digitale Agenda. Wie sind die Ware von Facebook und Google? Ja. Warum? Dem muss man sich drüber bewusst sein. Die Kundschaft ist die Werbewirtschaft. Und diejenigen, die werben möchten für ihre Produkte, das ist die Kundschaft bei Facebook. Damit verdienen die Geld und auch andere Unternehmen, auch Google. Und wir sind mit unseren Daten, die wir denen liefern, damit sie möglichst zielgenaue Werbung platzieren können, wir sind im Prinzip die Ware. Ja, muss man so sehen. Wir sind die Produktionsmittel, mit denen sie ihre Ware herstellen können, womit sie dann quasi die Kunden, die Werbekunden, die das einkaufen, bedienen können. Ja, und am Ende sind wir aber auch die Zielpersonen dieser Werbung, weil wir sollen ja dann wieder konsumieren. Das sind ja die Kunden ihrer Kunden. Ja, die potenziellen Kunden ihrer Kunden, genau. So könnte man. Wie kann man die Digitalkonzerne einhegen? Abseits von, dass sie Steuern zahlen in Deutschland, haben sie, ich meine, wir müssen jetzt mal, vielleicht müssen wir dann über Finanzen reden. Sie haben ja auch eine andere Art von Macht. Damit kennst du dich wahrscheinlich auch aus. Ja, also ich glaube, dass wir darüber reden müssen, wie die mit unseren Daten umgehen. Die Datenschutzgrundverordnung ist schon mal ein guter, wirklich sehr, sehr guter Ansatz, weil es eben, wie gesagt, mit dem Marktortprinzip dafür sorgt, dass die sich nicht mehr auf ihre eigenen Regeln zurückziehen können, sondern dass klar ist, da, wo, wie gesagt, die Nutzer sitzen, um es mal so zu umschreiben, die Regeln gelten, die dort gelten. Ja, das heißt also, die Datenschutzgrundverordnung gilt auch für die amerikanischen oder die globalen Player. Ja, und so müssen wir es auch zum Beispiel in Bezug auf die Privatheit organisieren. Da wäre es Zeit, die E-Privacy-Verordnung auf den Weg zu bringen, die vor, also auch eine europäische Verordnung, die vor der Wahl eben nicht mehr verabschiedet werden konnte. Und jetzt muss das neue Parlament, muss die neue Kommission da schleunigsten Vorschlag vorlegen. Da geht es nämlich genau auch um Werbe, um Tracking und um die Werbewirtschaft, die in so einem hohen Maße mittlerweile halt auf persönlichen Daten basiert und auf deinem Surfverhalten und auf all dem, was du an Daten über dich preisgibst. Das schenken wir denen ja. Und damit können sie dann quasi ihre Waren herstellen. Also da muss mehr Selbstbestimmung wieder in die Hände der Nutzer, was ich eben selber bestimmen kann und nicht dann von Angeboten ausgeschlossen bin, weil ich sage, ich möchte nicht getrackt werden. Ja, aber das schaffen Sie ja jetzt schon wieder, da rumzukommen, auch jetzt nach der DSGVO. Man bekommt dann irgendwie ein Fenster eingeblendet, dann drückt man trotzdem wieder schnell, okay, vielleicht sollte der Staat nicht grundsätzlich dort uns quasi als Bürger und Bürgerinnen schützen. Ja, sollte er. Es darf nicht nur mit Einwilligungen laufen, sondern es muss auch mit Verboten sein. Ja, es müssen auch klare Regeln herrschen. Du kannst nicht alles mit einer Einwilligung sozusagen begründen. Und ohnehin, wie du sagst, wenn diese Cookie-Banner und Einwilligungsfensterchen ständig aufploppen, dann macht man ja irgendwann mal auch nur, klickt es halt weg und fertig eigentlich. Die entsprechen nicht den Regeln. Eigentlich müsstest du die Möglichkeit haben zu sagen, nein, ich will nicht. Und dein Angebot soll sich dadurch nicht verändern. Das, was du angeboten bekommst, soll dadurch nicht anders sein. Auch wenn du eben Tools einsetzt, die das Tracking verhindern, dann sollen die dich nicht beschränken in dem, was du tun kannst im Netz. Das ist nicht in Ordnung. Man muss mehr Selbstbestimmung wieder zu den Menschen. Und auf der anderen Seite muss die Macht, die diese Unternehmen durch die angehäuften Daten über uns in der Hauptsache ansammeln und ausüben, auch die Marktmacht vor allem, das muss begrenzt werden. Da hat die SPD ein Konzept dazu entwickelt, das Datenteilungs- oder Daten-für-alle-Konzept. Und da geht es eben darum, dass... Daten für alle? Daten für alle, genau. Daten für die deutschen Konzerne? Nein, nein, wirklich nicht. Es geht um Daten für alle, vor allem nicht für die Konzerne, sondern auch für die Zivilgesellschaft, dass eben diese Daten, und da geht es natürlich nicht um personenbezogene Daten, sondern nur um anonymisierte, wirklich auch sauber anonymisierte Daten, die nicht der Datenschutz-Grundverordnung unterliegen, dass die offengelegt und geteilt werden sollen, damit sich dadurch auch wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerb entwickeln kann. Und nicht nur wirtschaftliche Entwicklung, sondern eben auch zivilgesellschaftliche Entwicklung. So wie man bisher immer davon gesprochen hat, der Staat ist ja eigentlich der größte Monopolist. Das Thema Open Data, der Staat soll seine Daten offenlegen, damit also erstens die verschiedenen staatlichen Einrichtungen da auch drauf zugreifen können, auch wieder keine personenbezogenen Daten, aber eben auch die Zivilgesellschaft, dass dann jemand eine App machen kann, wo der nächste freie Kindergartenplatz ist zum Beispiel oder sowas. Oder dieses berühmte Beispiel des Baumkatasters in einer französischen Stadt, das dich dabei unterstützt, herauszufinden, wo du hinziehen kannst, wenn du eine Allergie hast. Das ist eine coole Sache. Also da hat jemand, Privat oder Zivilgesellschaft, die eben eine App gemacht, die dieses Baumkataster einsetzt, um zu beraten, wo könnte ich wohnen. Gut, transparenter Staat, private Bürger, sind wir wahrscheinlich alle dafür bei den Konzernen. Du sagst ja selbst, die können immer noch unsere privaten oder personenbezogenen Daten verwenden. Das ist grundsätzlich möglich. Bist du dafür, dass man das grundsätzlich verbietet und sie dann quasi immer die jeweilige Einwilligung jedes Einzelnen bekommen müssen? Das würde ihr Geschäftsmodell zerstören. Ja, ich glaube, dass viele dieser noch existierenden Geschäftsmodelle, dass die in Teilen nicht der DSGVO entsprechen. Da müssen aber unsere Strukturen noch besser wirksam werden. Ich glaube, ich habe heute von Uli Kelber, dem Bundesdatenschutzbeauftragten gelesen, dass er gesagt hat, es werden auch in Deutschland Millionenstrafen fällig werden. Damit hat er, glaube ich, nicht in der Hauptsache unsere Unternehmen gemeint, die sich ganz überwiegend an die DSGVO halten, sondern an diejenigen, die eben geschäftsmäßig Datenmissbrauch betreiben. Und das ist die eine Hälfte der Wahrheit. Und die andere ist eben, dass die nicht personenbezogenen Daten, dass die eben auch eine hohe Marktmacht bedeuten können. Nimm Bewegungsdaten in einer Stadt. Die Smart City, die Ideen, die da für eine vernetzte Mobilität zum Beispiel entstehen, das darf eben nicht in den Händen eines Monopolisten sein. Ja, und ich sehe jetzt schon mit Sorge, dass ich diese E-Roller, dass da ein Anbieter bei Google Maps auftaucht, die anderen nicht. Das heißt, da wird Wettbewerb beschränkt, weil Google Maps eben so stark in der Nutzung ist, dass die anderen gar nicht mehr mitfunktionieren. Da wird immer, the winner takes it all, immer für den einen, immer für das Monopol wird das rauslaufen. Das darf nicht sein. Jetzt gibt es hier wahrscheinlich auch viele Autoren oder ein paar Bücher, die hier stehen, die von diesem ganzen System als Überwachungskapitalismus sprechen. Welche Rolle spielt das für dich? Das spielt eine große Rolle. Wir müssen, glaube ich, als Europa, und darüber sprechen wir auch in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, in der ich auch mitarbeiten darf, viel darüber. Wir müssen einen Weg finden für Europa, der so ein Stück weit zwischen dem US-amerikanischen Ansatz und dem chinesischen Ansatz liegt. Das sind ja zwei Formen von Überwachungskapitalismus. Im einen Fall ist es der Staatskapitalismus, der die Überwachung ausübt. In der Zwischen willst du was finden? Ich will, glaube ich, da weg von. Wir müssen einen anderen Weg finden. Einen Weg, der auch eben unseren Vorstellungen und unseren auch vereinbarten Bürgerrechten und Grundrechten und auch Verbraucherrechten entspricht. Also kein Überwachungskapitalismus? Ganz genau. Hast du da eine Idee? Ja, ich habe gerade davon gesprochen, von der E-Privacy-Verordnung, die den Leuten die Souveränität in die Hand geben soll, wieder zu entscheiden über ihre Daten und über ihr Möchte-ich-mehr-und-so-verhalten, Verschätzt du da nicht den Einzelnen? Da gehört natürlich auch Bildung dazu. Aber sagen wir mal, meine Kinder zum Beispiel, die sind ja mittendrin aufgewachsen in dieser digitalen Welt. Und wenn ich zu denen sage, wir wollen die zielgerichte, die personenbezogene Werbung sozusagen, wir wollen das einschränken, dann sagen die, wieso? Das ist doch cool, wenn ich nur Werbung bekomme, die mich interessieren. Und dann sage ich, ja. Und sagen wir mal, dass ich bei Amazon günstigere Preise bekomme als ihr. Wie, du bekommst günstigere Preise? Ja, ich bin zahlungskräftiger. Also kriege ich günstigere Preise. Ja, das ist aber ungerecht. Ja, das ist aber ungerecht. Das ist der Markt. Ja, das ist der Markt, genau. Und da müssen wir, glaube ich, ran, das eben auch verständlich zu machen. Was macht das auch mit mir, dass ich in dem Maße getrackt werde? Und dass ich Werbung bekomme, die mich interessiert. Das ist schon okay, ja. Aber ich müsste schon auch selber bestimmen, was mich interessiert. Und das ist eben nicht der Fall. Sondern die bestimmen, die lesen das aus irgendwelchen scheinbaren Wahrheiten, die sich aus Daten ergeben, heraus. Vielleicht auch nicht. Also ich weiß nicht, wenn ich ein Hotel angeboten bekomme, nachdem ich eine Reise gebucht habe, ob das das günstigste Hotel ist und ob das meinen Vorleben entspricht oder ob die einfach bei dem, der mir die Empfehlung gibt, besser bezahlen als die anderen. Und ich werde in meiner Freiheit eingeschränkt sozusagen, indem ich nur auf diesen Tunnel geführt werde, eben nur ein Angebot bekomme, wie bei den kleinen, schnellen Tretrollern hier. Bist du Mitglied bei einem dieser Überwachungskapitalisten? Google, Facebook? Sicher bin ich da mit dabei. Mitglied kann, ist man da Mitglied? Wenn du da was kaufst. Ich habe Accounts. Ich habe mich tatsächlich ganz früh schon nicht beim Messenger von Facebook angemeldet, weil der besonders problematisch ist. Ich habe keinen WhatsApp-Account, sondern kommuniziere über Trema, Telegram, Signal. Du kannst mich überall erreichen. Aber nicht bei WhatsApp. Das hat Gründe, weil die wirklich... Also die haben einen Tag, bevor die Datenschutz-Grundverordnung in Kraft getreten ist, gesagt, wir haben es uns anders überlegt. Wir geben die Daten unserer Nutzer und die ihrer Kontakte doch an den Mutterkonzern. Und das fand ich so unglaublich frech, dass ich gedacht habe, also das kann nicht mein Kommunikationsmittel sein. Meine Kinder finden das blöd. Ja klar, weil, also ich meine, der eine ist dann bei dem und der andere bei jenem Messenger. Dieses Multichannel-Kommunizieren ist ja schon sehr anstrengend. Du musst dann aus der einen Gruppe in die andere Gruppe übertragen. Das ist nochmal so ein Ding, was wir unbedingt ändern müssen. Wir haben es beim Telefon und wir haben es bei der SMS, dass man miteinander kommunizieren kann, obwohl man bei unterschiedlichen Anbietern ist. Und so muss es eben auch bei den Messengern sein. Das war ja auch so ein Stinkefinger von Facebook gegenüber der EU-Kommission. Nachdem man WhatsApp übernommen hat, hat man versprochen, ja, ja, das werden wir alles trennen. Das werden wir alles trennen. Und dann haben sie es trotzdem gemacht. Keine Konsequenzen. Doch, der Gründer, doch, die Konsequenz war, dass der Gründer von WhatsApp sich vom Unternehmen abgewendet hat. Ja, er hat eine Konsequenz gezogen. Aber die EU, wir konnten jetzt nichts machen. Wir konnten jetzt Facebook nicht sagen, ja, dann Schluss hier. Doch, Schluss hier können wir nichts sagen, aber wir können Bußgelder aussprechen. Wir können dafür sorgen, dass die sich an die Regeln halten. Aber wie ich auch vorher schon sagte, da sind die Strukturen noch nicht gut genug. Also das Datenschutz-Board, das auf europäischer Ebene eingerichtet worden ist, ähnlich wie die Datenschutzkonferenz hier in Deutschland, wo die Landesdatenschützer mit dem Bundesdatenschützer zusammensitzen. So gibt es auf europäischer Ebene da jetzt so ein Board. Und ich sage mal, viele europäische Mitgliedstaaten sind jetzt in der Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung im Verständnis dafür noch nicht ganz so weit wie Deutschland. Deutschland war beispielgebend mit dem Bundesdatenschutzgesetz. Das stammt ja so ein bisschen aus einer frühen Zeit. Einer der Gründe, für die ich damals als junge Frau demonstrieren gegangen bin, war nämlich eben gegen die Volkszählung. Daraus ist ja sozusagen der Datenschutz in Deutschland so stark entstanden. Und da muss einfach, sagen wir mal, Irland zum Beispiel, wo jetzt die Zuständigkeit für WhatsApp und Facebook liegt, da müssen die einfach noch ein bisschen gestärkt werden und auch ein bisschen getrieben vielleicht. Gut, zum Schluss noch ein paar kleinere Themen. Natürlich, gut, Klima ist das Riesengroße, aber das wollte ich mir zum Schluss aufheben. Ganz kurz nochmal, wie würdest du deine politische Haltung beschreiben? Hast du irgendeine politische Ideologie, die du verfolgst? Naja, als Sozialdemokratin, glaube ich, sind unsere Grundwerte ziemlich klar. Die Solidarität der Starken mit den Schwachen und denen es gerade gut geht und mit denen, denen es gerade nicht gut geht. Aber eben auch Gerechtigkeit, also für einen Ausgleich zu sorgen zwischen den Starken und den Schwachen. Nicht nur in Not, sondern immer. Und der Freiheitsgedanke ist mir wichtig, wo wir aber sagen müssen, Freiheit für sich allein genommen dient nur dem Stärkeren. Wenn auch der schwächere Freiheit nutzen können soll, dann braucht er Bildung, dann braucht er starke Bürgerrechte, starke Verbraucherrechte, um auch wirklich in Freiheit und Souveränität sein Leben zu leben. Ich glaube, dass ein emanzipatorischer Ansatz das für mich ziemlich wichtig ist, dass ich eben sage, die Menschen müssen darin bestärkt werden und durch Bildung dazu befähigt, auch souverän zu sein. Und ich glaube, dass Partizipation für mich ziemlich wichtig ist, dass wir nicht für Menschenpolitik machen, sondern mit ihnen. Und das ist eine große Aufgabe. Es wird durch die Digitalisierung einerseits erleichtert und andererseits erschwert. Aber da sind wir noch, glaube ich, weit davon entfernt, das so zu nutzen, wie wir es nutzen könnten, insbesondere auch die SPD. Wenn ich mich nicht irre, steht in einem Parteiprogramm auch was von demokratischem Sozialismus. Bist du eine Sozialiste? Auf jeden Fall. Demokratischer Sozialismus ist ein Begriff, mit dem die SPD schon seit Gründungstagen eine wechselvolle Geschichte hat, sage ich mal. Es gibt die Lesart, dass der demokratische Sozialismus dazu da ist, den Kapitalismus zu beseitigen. Und es gibt die Lesart, die sagt, der demokratische Sozialismus ist dazu da, den Kapitalismus zu bändigen. Und das hat schon zu Spaltungen geführt innerhalb der SPD, zu Abspaltungen, der unabhängigen der US-BD damals zum Beispiel. Heute spalten wir nicht, sondern heute debattieren wir das immer wieder aus. Es hat eine Zeit gegeben in der SPD, wo gar nicht über den demokratischen Sozialismus gesprochen wurde. Das war die Schröder-Ära und ich bin froh, dass wir die hinter uns haben. Bist du eine demokratische Sozialistin? Ja. Ohne Einschränkung? Ohne Einschränkung. Und wie ist dein, auf welchem Menschenbild basiert deine Politik? Ich glaube, dass das Menschenbild ein emanzipatorisches ist, wie ich das gerade gesagt habe. Keine Fremdwörter. Nein, keine Fremdwörter. Viele junge Leute. Es geht darum, dass wir Vertrauen in die Menschen setzen und dass wir alles dazu beitragen, dass sie selbstbestimmt und souverän ihr Leben selbst gestalten können. Das ist die Grundhaltung, die notwendig ist. Und dazu ist viel Unterstützung der Gemeinschaft notwendig. Zum einen der Ausgleich der Einkommen, zum anderen aber auch eben Unterstützung durch Rechte, starke Rechte, dass ich mich auch wehren kann als Arbeitnehmer beispielsweise. Ich brauche starke Arbeitnehmerrechte, ich brauche Mitbestimmung, aber auch Verbraucherrechte und Bürgerrechte, dass ich mich auch wehren kann gegen zum Beispiel Überwachung, von der wir vorher gesprochen haben. Und Bildung, die mich darin bestärkt und mich befähigt, eben auch mich immer weiterzubilden und mir die Kompetenzen anzueignen und das Wissen auch anzueignen, dass ich mich zurechtfinde in der Welt. Immer wieder auch. Zum Schluss nochmal. Klimaschutz. Bist du eine Klimaschützerin? Schon lange. Ich glaube, dass in der SPD überhaupt ganz viele Leute sind, die sich schon sehr lange mit dem Klimaschutz beschäftigen. Erhard Eppler ist so ein Beispiel dafür. Wir haben uns damals mit den Empfehlungen des Club of Rome und den Analysen auch sehr intensiv beschäftigt als Partei. Es gab dann ziemliche Auseinandersetzungen um die Atomkraft zum Beispiel. Das hat auch zur Gründung der Grünen geführt. Ich habe damals mit vielen anderen auch gegen Atomkraft demonstriert und mich dagegen eingesetzt. Das ist oft natürlich in so einer großen, breit aufgestellten Partei so, dass man Themen kontrovers diskutiert und manchmal auch dann vielleicht wieder zusammenkommen muss. Jetzt im Moment stehen wir vor der Frage, wie konsequent und wie ambitioniert müssen wir das Thema des Klimawandels eingehen. Wir haben viel zu lange weggeguckt. Das räume ich ehrlich ein. Also jetzt ich persönlich fahre elektrisch seit sechs Jahren. Davor habe ich auf Gas umgerüstete Verbrenner gefahren und ich esse kein Fleisch. Aber ich weiß eben auch, dass das ein Luxus ist, das tun zu können. So konsequent, einigermaßen konsequent umzugehen, nicht nach Malle zu pflegen in Urlaub, sondern an die Ostsee zu fahren mit der Bahn. Es ist ja viel teurer, das muss man einfach sagen. Das kann sich nicht jeder leisten. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass der Klimawandel erstens nicht nur beim Einzelnen hängen bleibt. Das ist bisher so die Denke. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass die Leute sich klimaneutral verhalten. Dann ist alles gut. Ist aber nicht, weil das nicht jeder leisten kann und weil natürlich auch der Antrieb vielleicht nicht da ist. Also müssen wir Anreize schaffen. Aber vor allem müssen wir uns selbst als Staat und als Politik auch harte Ziele setzen. Und das war bisher nicht der Fall. Deswegen haben wir die Klimaschutzziele 2020 ja auch knallhart versäumt. Da muss man einfach so sagen. Ich will jetzt auch nicht darüber reden, was jeder Einzelne machen könnte. Also das Thema Eigenverantwortung will ich weglassen. Da habt ihr im Bundestag und als Bundesregierung und als Großpartei keinen Einfluss, könnt ihr hoffen. Technik will ich mir jetzt auch mal beiseite lassen, dass man hofft, so die FDP-CDU-Richtung, okay, das wird sich irgendwie schon technisch lösen lassen. Das, was ihr machen könnt, ist die staatliche Seite. Was würde sich denn unter dir als SPD-Chefin mit deinem Co ändern in der Klimapolitik? Ja, also wir können schon am privaten Verhalten was verändern, indem wir anreize. Anreize schaffen, ist mir klar. Aber auch Dinge ermöglichen. Wir müssen ja in der Gebäudeheizung und im Verkehr und so weiter, wir müssen ja auch da Verhaltensveränderungen ermöglichen und auch fördern. Wir müssen aber auch die Infrastruktur dafür schaffen. Das heißt also, wenn wir sagen, die Menschen sollen viel mehr den ÖPNV nutzen, dann muss der ÖPNV eben auch überall da sein und er muss bezahlbar sein mindestens, am liebsten kostenlos. Und so kann der Staat durch Investitionen ja eine ganze Menge Dinge auch verändern. Wie gesagt, Anreizsysteme und Infrastruktur. Und dann müssen wir eben aber auch Dinge mutig entscheiden und dann umsetzen, die in Teilen auch schmerzhaft sind und die bisher auch mit dem großen Tabu belegt waren. Insbesondere in der SPD war der Kohleausstieg immer so ein Thema, da hat man gar nicht drüber gesprochen. Sehr lange Jahre. Ich bin Andrea Nahles da auch wirklich dankbar, dass sie die beiden Themen aufgemacht hat in ihrer kurzen Regentschaft. Zwei Themen aufgemacht, nämlich den Ausstieg aus Hartz IV, ein neues Sozialstaatskonzept und den Ausstieg aus der Kohle, dass wir darüber reden dürfen und dass wir auch harte Zähle uns setzen können und aber auf der anderen Seite natürlich auch sagen, wir dürfen die Regionen, wir dürfen die betroffenen Menschen da an der Stelle nicht allein lassen. Das ist nicht deren Aufgabe, das auszuhalten, sondern das müssen wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft aushalten und auch Zukunftsperspektiven für die Leute schaffen. Kohleausstieg konkret. Friedrich, da gibt es ja die Kommissionen, die haben festgelegt, okay, bis 2038 gehen wir aus der Kohle raus. Ist dir das zu spät? Es ist mir zu spät. Ich finde, wir sollten ambitionierter sein. Ich glaube, dass wir 2030 schaffen können. Wir sollten uns ambitionierte Ziele setzen. Das ist natürlich immer die Angst, man könnte es nicht erreichen, logisch, und dann hat man sich wieder blamiert. Aber ohne ambitionierte Ziele können wir gar nichts erreichen. Also immer diese Angst und diese Vorsicht, auch wir wollen eine klimaneutrale Produktion haben bis 2050, wow, wow, das ist sehr weit weg. Also ich werde dann hoffentlich in einer sehr angenehmen, selbstgesteuerten, aber in einer Alters-WG leben, glaube ich, 2050. Also wenn ich noch lebe, dann ja. Und so lange möchte ich nicht warten. Würdest du früher klimaneutral leben? Ja. Wie soll das gehen? Ja, durch ambitionierte Programme, durch Maßnahmen und Zielsetzungen, wo wir uns auch selber so ein bisschen unter Druck setzen. Und wie gesagt, durch Investitionen in Infrastruktur. Aber das hat ja früher auch nicht geklappt. Ich glaube, die Bundesregierung, seitdem ich hier politisch dabei bin, die setzen sich immer tolle Ziele. Die haben sich auch das Ziel gesetzt, bis 2020 irgendwie schön zu senken. Und dann schafft man das halt nicht, Saskia. Es war kein hartes Ziel und es waren keine Maßnahmen damit verbunden. Man muss natürlich auch einen Ausstiegsplan und einen Investitionsplan haben. Sagen wir mal, der Atomausstieg, also der erste Atomausstieg, den Rot-Grün damals vereinbart hat. Das war ja nicht nur, wir wollen eigentlich da mal raus und mal gucken, ob es klappt. Sondern man hat ja ganz klar verabredet, wann welcher Meiler vom Netz gehen soll und wie die Erneuerbaren im Gegenzug ausgebaut werden sollen, welche Förderung da notwendig ist. Es war ein guter Weg. Es ist leider zerstört worden von Schwarz-Gelb, die den Ausstieg aus dem Ausstieg beschlossen haben. Und Merkel dann im nächsten Schritt den Ausstieg aus dem Ausstieg vom Ausstieg. Und dafür ist sie jetzt in den USA geirrt worden, glaube ich. Es ist ein bisschen schräg. Gut, Kohleausstieg so früh wie möglich, habe ich dich verstanden. Wovor sich auch wieder gedrückt wird, wir drehen jetzt in einer Woche, in dem das Klimakabinett ihre Ergebnisse vorstellen will. Ein großes Thema ist ja die Verbrennermotoren. Andere Länder gehen jetzt voran und sagen, okay, ab 2030 darf kein neues Auto mehr zugelassen werden mit einem Verbrennermotor, ob Diesel oder Benzin. Wer ist da auch dafür? Oder ist dir das auch schon zu spät? Ich glaube, das ist ein gutes Datum. Und ich glaube, dass wir uns im Moment noch so ein bisschen gefangen nehmen lassen von der Diskussion hier, aber nur E-Mobilität kann es ja wohl nicht sein. Und was ist eigentlich Wasserstoff? Das hat ja damit nichts zu tun. Es geht einfach nur darum, kein Diesel und kein Benzin. Beta und VHS so ein bisschen. Aber ich meine einfach, wir müssen mal gucken, dass wir den besten Weg miteinander entwickeln. Aber ohne die harte Setzung dieses Ziels wird es nicht passieren. Weil also die Brennstoffzelle und andere alternative Antriebe werden seit vielen Jahren auch bei den Automobilfirmen erforscht. Ich habe vorher gesagt, ich habe als Schreibkraft gearbeitet. Das war an einem Institut für Energietechnik und Wärmesysteme. Und dort wurde unter anderem schon gemeinsam mit einem großen Automobilhersteller in der Nachbarschaft geforscht am Thema Brennstoffzelle. Die waren eigentlich damals schon marktreif. Aber man hat es halt nicht gemacht. Ja gut, wenn man im Aufsichtsrat Katar sitzen hat, hat man einfach kein Interesse an alternativen Antrieben. Und das ist ein Problem. Und deswegen glaube ich, müssen wir als Politik da auch harte Ziele setzen und klare Regeln. Hat übrigens auch damals in der rot-grünen Regierungsära gut funktioniert, nämlich mit Luftreinhalte und Wasserreinhalte-Regeln, die dann dazu geführt haben, dass unsere Maschinenbauer weltweit ein Alleinstellungsmerkmal hatten, weil sie gesagt haben, wir können auch sauber produzieren. So entstehen glaube ich auch Innovationen. Ja, ganz genau. Durch den Ingenieuren Probleme gibt es. Ja, so, dann können die auch was lösen. Aber von alleine, so wie, sagen wir mal, du gerade gesagt hast, die FDP sich das vorstellt, es fällt irgendwie vom Himmel. Nein, wird es nicht. Also Saskia committet sich zum Verbrenner und Dieselausstiegsdatum 2030. Würde ich gut finden. Würde ich wirklich gut finden. Ich glaube auch, dass unsere Industrie das kann. Damals beim Katalysator zum Beispiel hat man ja auch bewiesen, wenn da notwendiger Druck kommt, dann ist der so schnell entwickelt und eingebaut. So schnell kann man gar nicht gucken. Wie willst du das mit dem Fliegen hinbekommen? Dass wir, wir können ja wahrscheinlich Fliegen nicht abschaffen oder verbieten und so weiter und so fort, aber wir müssen es schaffen, dass das emissionsfrei passiert. Emissionsfrei? Oder klimaneutral. Wow, ja, ich glaube, da muss noch viel geforscht werden und Innovationen, damit wir fliegen können. Harte Ziele. Ohne Verbrenner. Wo sind denn harten Ziele beim Fliegen? Ja, also ich glaube, elektrisch klappt es noch nicht. Nö, oder? Du kannst ja sagen, bis 2035 schaffen wir es, elektrisch zu fliegen. Da müsste schon eine Idee da sein, wie das überhaupt gehen soll. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Leistung von Elektromotoren nicht erbracht werden kann. Dann bleiben vielleicht auch Dinge, die nur mit Verbrennern funktionieren, aber dann brauchen wir einen entsprechenden Ausgleich. Erstens muss es teuer sein, es muss lästig sein und vor allem müssen die Alternativen eben günstiger und weniger lästig sein. Das heißt also, die Bahn und der öffentliche Verkehr fahren elektrisch, die müssen aber auch bezahlbar sein und sie müssen attraktiv sein. Ich habe jetzt tatsächlich vor der Sommerpause, es war Ende Juni, ging unsere parlamentarische Phase, zu Ende habe ich eine Entscheidung getroffen für mich, die ich bisher nicht so sauber verfolgt habe, nämlich Inlandsflüge. Keine Inlandsflüge mehr zu machen, was für eine Bundestagsabgeordnete nicht ganz trivial ist, vor allem, wenn man nicht irgendwie seinen Wahlkreis hier in Berlin hat, sondern im Schwarzwald. Ich lerne die Bahn jetzt viel näher kennen als vorher, ja, und da gibt es schon auch schwierige Situationen, erst mit Verspätungen und so weiter, aber ehrlich, das gibt es bei Flieger auch. Aber vor allem eben Überlastung und schlechte Planung und übervolle Züge und so weiter. Ja, da muss das Angebot verbessert werden. Und ich bin natürlich wieder, jetzt sage ich so cool, ich pflege nicht mehr, ich habe aber halt die Bahncard 100 als Bundestagsabgeordnete, ich kann mir es leisten, ja, ich muss nicht mal dafür bezahlen. Und das ist, da muss ich immer wieder daran denken, wenn ich solche Appelle richte, man kann ja auch privat was machen für den Klimaschutz, ja, da braucht man aber auch eben entsprechende Mittel, beziehungsweise die Angebote müssen so gut und so kostengünstig sein, dass jeder es sich leisten kann. Ich warte mal noch so ein paar revolutionäre Ideen beim Klimaschutz von dir. Was ist mit Inlandsflügen verbieten? Inlandsflüge verbieten? Du fliegst ja auch nicht mehr. Ja. Das ist schlecht. Ja, natürlich ist es schlecht, klar. Ich glaube nicht, dass wir an der Stelle mit Verboten den richtigen Weg wählen, sondern dass wir einfach die Alternativen kostengünstig machen und es fliegen teuer. Gibt es irgendwelche Verbote, die du in Sachen Klimaschutz einführen möchtest? Ach, ich bin nicht so richtig ein Fan von Verboten. Ich bin ein Fan von starken Grenzwerten, dass eben die Dinge auf dem Weg Innovation ermöglicht wird. Die fällt kein Verbot ein? Also Verbrenner in Autos zum Beispiel, die brauchen wir nicht mehr. Da muss man Zeit geben, dass den Umstieg zum Markt... Das hast du mir gerade gesagt, ab 2030 möchtest du... Genau, genau. Das kann man schon machen, weil man schon weiß, dass es machbar ist. Es wird nur nicht gemacht. Aber fliegen ohne Kerosin, das sehe ich noch nicht. Da sehe ich noch nicht die Innovation, die das ermöglicht. Icarus hat nicht geklappt. Was ist mit dem Stadtverkehr? Da brauchen wir auch eine Verkehrswende. Es gibt immer mehr Experten, die eine autofreie Stadt wollen. Ja, das hat mit Gestaltung zu tun. Stuttgart beispielsweise hat einen Riesenfehler gemacht, schon in den 70er Jahren die autogerechte Stadt anzustreben. Autogerechte Stadt? Autogerechte Stadt, natürlich. Gerechtigkeit fürs Auto. Nicht menschengerecht, sondern autogerecht, allen Ernstes. Der gesamte ÖPNV wurde unter die Erde verlegt. Autos haben auch recht. Ja, genau. Und da hat man einen Riesenfehler mitgemacht. Ja, ausgerechnet in dieser Kessellage, die jetzt das Problem hat mit der Luftqualität. Und da muss tatsächlich eine Wende her. Die müssen die Kommunen umsetzen. Aber wir müssen eben auch die Alternativen stärken. Dass die Leute sich bewegen können in der Stadt, ohne zum Auto zu greifen. Ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, hier in Berlin mit dem Auto zu fahren. Ich finde das völlig verrückt. Wie bist du jetzt hergekommen? Heute Morgen bin ich tatsächlich mit der Taxi gekommen. Hast du mich erwischt? Nur weil ich zu spät dran war. Aber im Normalfall fahre ich viel mit den Öffentlichen, weil ich erstens die Netzkarte habe und zweitens eine Jahreskarte der BVW. Jetzt sitzen wir gerade an der Ecke, wo letzte Woche dieses schlimme SUV-Unfall war. Was ist mit SUVs? Langsam auch verbieten? Also ich glaube, der Unfall ist ja nicht passiert, weil das ein SUV war, sondern weil der Fahrer so gefahren ist. Hat der trotzdem eine Debatte ausgelöst? Ja, klar. Diese Autos brauchen wir nicht. Also da müssen wir schon auch Begrenzungen hinbekommen, was überhaupt produziert und verkauft werden darf. Aber diese Autos werden nicht gebraucht. Also das muss ich schon auch ein bisschen an dem orientieren. Da ist aber auch unsere Denke so, dass wir uns über Auto und über die Größe des Autos und über die Stärke des Motors, also ich nicht, aber viele definieren sich ja darüber. Das ist eine Sache, die wir echt überwinden müssen. Aber ich habe das Gefühl, dass das bei jungen Leuten besser wird. Dass junge Leute ein stärkeres Interesse an freier und selbstbestimmter Mobilität haben, dass sie sich bewegen können. Und klar, gerade bei uns auf dem Land, die sind echt ständig abhängig vom Mama-Taxi oder Papa-Taxi. Das muss verändert werden. Und dann kriegen wir auch diese Orientierung am Auto weg. Gibt es andere radikale Ideen von dir in Sachen Klimaschutz, Klimapolitik? Also wir müssen vor allem die entsprechenden Grenzwerte, wir müssen begrenzen, was überhaupt gemacht werden darf. Produktionsmethoden zu verbieten, bringt nicht so viel Innovation mit sich, wie zu sagen, ihr könnt es schon machen, aber es muss eben CO2-neutral sein. Aber das könnte ja teilweise genau dasselbe sein, wenn du sagst, okay, wir verbieten das ab 2040, dann haben die jeweiligen Industrien 20 Jahre Zeit, Innovationen zu entwickeln und so weiter, damit das passiert. Und einen CO2-Ausstoß zu verbieten ist tatsächlich eine Möglichkeit, aber nicht jetzt, sagen wir mal, eine Produktion zu verbieten. Dann muss der CO2-Ausstoß eben anders gelöst werden. Hast du in anderen Gebieten revolutionäre Ideen? Oder radikale Ideen? Ich finde das ziemlich revolutionär zu sagen, wir müssen bis 2030 aus der Kohle aussteigen. Das ist ziemlich revolutionär. Ich meine jetzt abseits von der Klimaschutzpolitik. Wir können über andere Politikfelder, gibt es da irgendwelche radikalen Ideen? Lass uns über alles reden. Also die radikale Idee wäre längeres gemeinsames Lernen zum Beispiel. Da gibt es viel Abwehr dagegen, weil viele eben in ihrer Denke über die Bildungspolitik, über das Bildungssystem aus ihrer eigenen Zeit geprägt sind und dann sagen, da würde das Gymnasium quasi abgeschafft werden, würde nur noch vielleicht als Oberstufe existieren. Das ist, glaube ich, keine radikale Idee, auch Länder. Oh ja, aber Hamburg hat es probiert, glaube ich, nur bis zur sechsten Klasse, das längere gemeinsame Lernen. Da gingen die Eltern auf die Straße, weil sie ihre gymnasialen eigenen Erfahrungen und auch dieses Sortieren von Kindern und das Sortieren von Gesellschaft, was wir da betreiben, weiter gern so haben wollten. Das ist ein Elitenproblem tatsächlich. Das ist schon ziemlich radikal. Aber du giltst ja als linke Socke. Wo sind deine linken radikalen Ideen, abseits der Bildungspolitik? Die Bildungspolitik ist schon ein ziemlich wichtiges Feld an der Stelle. Wenn ich vorher davon gesprochen habe, dass ich will, dass Menschen bestärkt werden in ihrer Souveränität, dann hat es mit finanziellen Mitteln zu tun, dann hat es mit Rechten zu tun, dann hat es mit Bildung zu tun. Die finanziellen Mittel, da hatten wir ausführlich darüber gesprochen. Wir haben vor allem von Verteilung über Steuern auf Einkommen und Vermögen gesprochen. Natürlich müssen auch die Einkommen erhöht werden. Ich habe ja gesagt, niedrige Einkommen bezahlen gar keine Steuern. Wir können die nicht über Steuern entlasten. Wir können ihnen Infrastruktur bieten, Bildung bieten. Und wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die Einkommen steigen. Das heißt also, der Mindestlohn muss kräftig erhöht werden, damit man da in Würde von leben kann, von einem Mindestlohn in Vollzeit. Und damit man auch eine Rente erwirtschaften kann, wo man in Würde von leben kann im Alter, muss der wesentlich erhöht werden auf über 12 Euro. Da haben wir einen Anfang gemacht mit diesen anfänglichen 8,50, jetzt neuen Frag mich nicht was. Aber da muss eine kräftige Erhöhung her. Und es muss eben auch in den Jobs, die über Mindestlohn, aber immer noch niedrig bezahlt sind, da müssen bessere und stärkere Tarifverträge her. In der Pflege und in der Kindererziehung müssen wir ehrlich sagen, da sind wir als öffentliche Handarbeitgeber und müssen halt uns in Verhandlungen mit den Gewerkschaften, das ist dann Werde in dem Fall, zum Beispiel bei den Erzieherinnen, eben auch an unsere Sonntagsreden erinnern, dass die frühkindliche Bildung besser bezahlt werden muss. Ja, wir bezahlen die, denn warum machen wir es nicht? Gut, also Mindestlohn, mindestens 12 Euro habe ich verstanden. Bei der Grundrente versucht die SPD jetzt irgendwie sowas hinzubekommen. Jetzt hat sie nichts mit Mindestlohn zu tun, aber nur für Leute, die mindestens 35 Jahre gearbeitet haben. Bist du denn so radikal und sagst, Grundrente für jeden? Wir haben die Grundrente für jeden, das ist die Grundsicherung, aber die ist eben gebunden an eine Bedürftigkeitsprüfung. Das ist beim Mindestlohn nicht der Fall. Ja, also ich zum Beispiel, das finde ich, das ist immer so ein Versuch, ich als Argument immer zu nutzen, wenn es um die Grundrente und die Bedürftigkeitsprüfung geht, dass ich sage, Mindestlohn bekomme ich auch nur, wenn mein Mann nicht so viel verdient oder was. Das ist eine komische Idee. Den Mindestlohn darf auch die Zahnarztgattin haben, wenn sie tatsächlich sich so einen Job sucht, dann hat sie ein Einrecht auf den Mindestlohn. Und so hat die eben auch Einrecht auf die Grundrente. Die Grundrente wird aber ja versteuert und die wird zusammen veranlagt mit ihrem Ehemann. Und das bedeutet, dass sie dann im Normalfall mehr Steuern darauf bezahlen muss, als jetzt der oder diejenige, der die Grundrente wirklich braucht. Ist es eigentlich richtig, dass meine Oma nur Steuern zahlt auf ihre Rente? Es muss entsprechend bemessen sein. Also das ist ja, also wenn die Rente sehr hoch ist oder wenn zu der Rente hohe andere Einkommen kommen, Mieteinnahmen, Kapitaleinkünfte und so weiter, dann wird es zusammen veranlagt und dann wird es auch versteuert, wenn deine Oma keine anderen Einkünfte hat als eine geringe Rente, dann wird sie auch keine Steuern darauf bezahlen, weil der Grundfreibetrag groß genug ist. Das ist schon gerecht, finde ich. Ich suche immer noch nach revolutionären Ideen. Wolltest du noch welche einfallen? Ich gebe dir noch eine Chance in Sachen Außenpolitik. Waffenexporte verbieten? Waffenexporte, also ganz verbieten wird man sie nicht können, aber in Krisengebiete und in Länder, die die Waffen gegen die eigene Bevölkerung einsetzen. Das würde jetzt Herr Seibert auch sagen. Nee. Doch, Herr Seibert würde auch sagen, sowas machen wir nicht. Ja, machen wir aber. In Einzelfällen schon, aber... Naja, in Einzelfällen schon, wenn wir an Verträge gebunden sind, die uralt sind und so weiter und so fort. Nein, das muss beendet werden. Das muss wirklich beendet werden, dass wir... Aber andere Länder so an sich würdest du trotzdem noch beliefern? Europa, Türkei... Ich würde mir eine Welt wünschen, in der wir keine Waffen brauchen. Ja gut, aber so funktioniert es ja nicht. Nee, genau. Das ist der Punkt. Aber wen sollten wir denn konkret nicht mehr liefern? An Länder, die sich in Konflikten befinden, die in Konflikte sich mit einmischen. Das ist ja gerade im Stand, steht ja im Koalitionsvertrag, dass wir niemanden liefern, der in jedem Konflikt beteiligt ist. Und jetzt fangen wir an zu... Ja, ja, jetzt fangen wir an zu definieren, was heißt eigentlich beteiligt sein und ach nee, da möchten wir vielleicht doch und so weiter. Das ist alles immer sehr unsauber. Da müssen wir wirklich radikaler werden in diesen Fragen. Also insbesondere als Sozialdemokraten, aber auch als verantwortungsvoller Akteur Deutschland in der Welt, da müssen wir auf mehr Diplomatie setzen und auf mehr Entwicklung. Viele Konflikte entstehen ja auch aus verteilungspolitischen Fragen. Auch da muss man mehr tun. Deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass diese Idee, den Verteidigungshaushalt auf zwei Prozent des BID zu erhöhen, völlig irre ist. Ich kriege da viel Prügel dafür, aber das wäre fast eine Verdoppelung des Militärhaushalts. Das möchte ich nicht. Ich möchte gerne, dass wir uns unserer internationalen Verantwortung und auch der Verantwortung innerhalb des Bündnisses und so weiter auf anderem Wege stellen. Zum Beispiel, indem wir die ODA-Quote, also die Quote dessen, was wir für Entwicklungszusammenarbeit ausgeben, erhöhen. Und ich möchte auch, dass die Entwicklungszusammenarbeit tatsächlich der Entwicklung dient und nicht den Unternehmen, unseren deutschen Unternehmen, die dort in den Ländern Geschäfte machen möchten. Wirtschaftliche Zusammenarbeit heißt es ja heute, wo es früher Entwicklungszusammenarbeit hieß. Das ist, finde ich, mittlerweile ziemlich problematisch. Das ist eine Schieflage. Das ist ja seit 2013 schon im Bundestag. Gab es eine Abstimmung über Bundeswehreinsätze, wo du mal nicht zugestimmt hast? Nein, den Bundeswehreinsätzen habe ich allen zugestimmt. Auch Afghanistan? Auch Afghanistan. Es hat damit zu tun, dass der Einsatz vom ersten Ansatz her schon falsch war und dass man jetzt trotzdem da drinsteckt und gemeinsam Verantwortung hat für, sagen wir mal, einen sauberen Ausstieg. Wann soll das sein? Sobald wie möglich. Das sagen Sie alle. Ja, das weiß ich schon. Das weiß ich schon. Das hat natürlich mit der Entwicklung da zu tun. Ich möchte auf der anderen Seite natürlich dann auch nicht sagen müssen, wir diskutieren oft drüber, sind Abschiebungen nach Afghanistan eigentlich akzeptabel? Und in einem Land, wo Bürgerkrieg herrscht und wo die Leute vom Tod bedroht sind, da kann ich niemanden nach Afghanistan abschieben. Das geht überhaupt gar nicht. Also natürlich müssen Leute, die hier kein Anrecht auf Asyl haben und auch keinen Fluchtgrund vorweisen können, die müssen vielleicht auch irgendwann wieder gehen. Aber ich kann nicht in ein Land abschieben, wo die Leute mit dem Tod bedroht sind. Wie willst du da mit zum Beispiel Dietmar Beuthke reden? Den hatte ich letztens gerade dazu gefragt in Brandenburg, wie die das Recht fetten können, nach Afghanistan abzuschieben. Der sagt, das muss passieren, sonst nehmen die Leute uns hier nicht ernst und so. Ja, da müssen wir differenzieren tatsächlich. Ich habe ja gerade gesagt, man muss schon auch durchsetzen, dass das Asylrecht nicht jedem sozusagen dient. Deswegen haben wir auch andere Zugangswege geschaffen für diejenigen, die eben aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kommen wollen. Ich habe ja vorher auch schon gesagt, wir brauchen ja auch Zuwanderung, auch in den Arbeitsmarkt. Und wir wollen Menschen auch Chancen geben, hier Glück zu machen. Aber Abschiebungen in Länder, wo Menschen mit dem Tod bedroht sind, wo die politisch verfolgt werden, wo ihnen Folter droht, das geht einfach überhaupt gar nicht. Das widerspricht auch dem Asylrecht. Gut, und zum Schluss, jetzt haben wir ja nur einen von euch beiden hier sitzen. Du trittst ja mit wem an für diesen Vorsitz der SPD? Genau, das ist Norbert Walter-Borjans. Der kommt aus Köln und war im früheren Leben Wirtschaftsstaatssekretär in zwei verschiedenen Regierungen, Saarland und NRW. Aber er war zuletzt, und darum ist er auch bekannt geworden, Finanzminister in NRW, bei Hannelore Kraft im Kabinett. Und er ist berühmt geworden, dadurch, dass er Steuer-CDs mit Insider-Informationen aufgekauft hat. Und mit diesen Insider-Informationen, die haben dazu geführt, dass 7,2 Milliarden hinterzogene Steuern zurück in die Staatskasse geführt werden konnten. Das ist eine ziemlich stolze Summe, mit der ziemlich viele Schulen saniert, Straßen gebaut, Brücken saniert werden können, Polizisten eingestellt werden, Erzieherinnen eingestellt werden. Er hat aber vor allem dann in der weiteren Entwicklung verhindert, dass Deutschland mit der Schweiz ein Abkommen schließt, das die Steuerhinterziehung für alle Zukunft ermöglicht, ermöglicht, legalisiert, fast legalisiert hätte. Einfach so ein Augenzuhalteabkommen wäre es gewesen. Schäuble hatte es auch schon unterzeichnet. Und Novavro hat dafür gesorgt, dass das Ding nicht in Kraft tritt über den Bundesrat und über seinen Nein. Das fand ich ziemlich stark. Ich fand, dass wir standhafte und kluge und mutige Sozialdemokraten brauchen, insbesondere an der Spitze der Partei. Und deswegen habe ich mich mit ihm zusammengetan. Wie seid ihr zueinander gefunden? Hast du ihn gefunden? Hat er dich gefragt? Es ist eine lustige Geschichte. Ich habe ihm eine SMS geschrieben, habe gesagt, wir müssen reden. Ich glaube, wir haben... Kanntet ihr euch vorher? Nee. Du hast ihm aber trotzdem eine SMS geschrieben, wir müssen reden. Ja. Ja, ich finde, wir beiden, wir sollten ein Projekt zusammen angehen. Und er schrieb mir zurück, ich muss jetzt erst mal eine Fahrradtour machen, aber wenn ich zurückkomme, dann melde ich mich. Und dann haben wir erst eine Stunde telefoniert. Und dann haben wir einen ganzen Abend lang zusammen gegessen und geredet. Und am Ende des Abends waren wir überzeugt, wir müssen es machen. Und wir wollen es machen. War der Einzige, den du gefragt hast? Oder angeschrieben hast? Das ist eine total lustige Frage. Es ist ja fast so ein bisschen so ein Dating, so eine Dating-Time in der SPD gewesen. Ich habe lange nur für mich überlegt. Ich bin viel eingefragt worden, oder angesprochen worden von draußen. Von anderen Männern? Vom Twitter-Arzverein. Nein, man hat mich aufgefordert, du musst mit diesem und du musst mit jenem. Insbesondere bei Twitter, wie gesagt. Du hattest du mit Olaf Schäubland? Olaf Scholz, das hätte doch gepasst, oder? Das hätte nicht gepasst, weil wir ganz unterschiedliche Ansichten haben. Insbesondere, was die Verteilungsfrage anbelangt und was die Standhaftigkeit und die Art und Weise, wie man in Verhandlungen und Kompromisse reingeht, was das anbelangt. Da sind wir als Staatstragender wahrscheinlich. Ja, ich glaube, dass er am Erfolg orientiert ist und gerne Verhandlungsergebnisse als Erfolg werden möchte. Und deswegen geht er von vornherein mit Erwartungen da rein, die schon mal sich an dem orientieren, was man erreichen kann. Und das halte ich für grundfalsch. Wäre denn Olaf Scholz der falsche nächste Vorsitzende für die SPD, um sie noch zu retten? Also ich glaube, dass ich in der SPD, im Umgang, wie wir untereinander miteinander umgehen, wie wir Meinungsbildung organisieren, wie wir kommunizieren nach drinnen und nach draußen, wie wir zusammenarbeiten mit draußen auch, dass sich da sehr viel ändern muss. Ich glaube, dass wir aus der Gruppe aussteigen müssen. Und das alles jetzt im Herbst. Der Bundesparteitag soll ja darüber im Winter eigentlich, im Dezember, soll darüber entscheiden. Und ich habe meine Meinung dazu. Und die sage ich auch. Aber ich kann die nicht vorgeben, logisch, die entscheiden. Aber ich habe meine Meinung dazu. Und ich glaube, dass wir da einfach sehr unterschiedlicher Auffassung sind, dass Olaf Scholz als Parteivorsitzender eher dafür steht, für Stabilität und für eine Fortführung dessen, was wir derzeit tun und was wir in der Vergangenheit getan haben. Das wäre falsch. Ja. Und darum wäre er der falsche Vorsitzende. Darum möchte ich was verändern und darum dreh dich selber an. Das gerne. Vielen Dank. Wir haben dich jetzt kennengelernt. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und wenn du es mit Walter wirst, dann schnappe ich mir ihn nochmal. Dann kommen wir vielleicht auch mal zu zweit. Nee, zu zweit mache ich nicht. Aber das können wir vielleicht live mal machen. Irgendwie sowas. Nee, dann machen wir nicht mehr SPD-Wählerforum. Weil wir haben bisher schon nicht mehr Grün-Wählerforum gemacht. Wir haben nicht Wählerforum gemacht. Also wir reden da mit Menschen, die früher mal SPD gewählt haben, aber jetzt nicht mehr SPD wählen. Das finde ich super wichtig, ehrlich. Weil ich glaube, dass bestimmt mindestens ein Drittel der Bevölkerung sozialdemokratische Ideen hegt, aber sie nicht mehr bei der SPD vermutet. Toi, toi, toi. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020